Es gab aber auch mehr als nur diese Terminalien. Im Rahmen der Dorfarmalierung wurde hier eine Begegnungszone für Jung und Alt geschaffen. Zwei großzügige Gebietsschule bei Betze, die Umgläderung und die Zähne wurden in Zusammenarbeitet, Arbeit mit dem Verein für alle auf die Allgemeine geschaffen. Ein finnes Parcours wurde mit Trinuden und den Hortläufern geplant. Dieser wird genauso wie die Hundezone und der Hundeabrechteplatz heuer noch zur Verfügung stehen. Und zu der Aufschließung konnten auch der Sportschützenverein, die Bodenschützen, der Tennisverein und der Übungsplatz für die Jugendfeuerwehr mit Trinkwasser und Beleuchtung versorgt werden. Das 4,3 Hektar große Areal bietet auch noch Platz für künftige Erweiterungen bis hin zu einem Mehrzweckhal. 200.000 Euro würden als Dorfarmalierung verwendet, seitens der Landesrätin Bernhard-Rund, die sich dafür entschuldigen lässt, dass sie heute nicht erweisen kann, und die ergrüßig gerne Ausrichte in Aussicht bestellt. Das Neu-Sport- und Freizeitzentrum ist aber zugesätselt worden. Anplanerisch wird notwendig für eine wichtige Strukturmaßnahme gestalten. Die Aktivitäten von Sport, Freizeit und Veranstaltungen, Wandern an den Ortstern, die Ortstern am Gelände des alten Sportplatzes wird es wie die Juga-Wirkung von der Häuserplätze, Reihenhäuser, Personen mit einem Stimmbaranschluss zuschaffen. Diese für die Stadt so wichtige große Investition von mir als Einigung der Euro konnte nur mit gemeinsamen Anstrengungen aller Fraktionen der Gemeindeirat unter intensiven Zusammenarbeit mit Hilfe des FC Frankirchen mit dem Bundesmann Werner Kandor seinen funktionierenden Mitgliedern und Mitgliedern verungesetzt werden. Ich danke auch allen Firmen am Betrieb unter der Planung von dem Bundesmann-Ingenieur Berardell, allen Werbeträgern, dem Juristen-Voranbieter-Sankt-Badies, dem Sportverbänden, der Torverhandlung, der Sportförderung des Landes und vor allem für die Inführung des Landeshauptmannes St. Friesen. Ich danke allen Mitarbeitern des Existenz für die Bereitschaft, diese Anlage künftig zu pflegen und den Schiff zu halten. Ich freue mich besonders auf die Rundenarbeit auch in dieser Thermal-Arena und hoffe auf viele sportliche Erfolge. Ich wünsche allen Besuchern die gewünsächte Anlage, viel Freude und alles Gute für die Juga. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, Herr Bürgermeister, werte Ehrengäste, liebe Sportfreunde. Der Herr Bürgermeister hat jetzt so viel vorweggenommen, dass ich auch sagen wollte, dass ich eines ganz kurz vorfühlen darf Ihnen die besten Wünsche unseres Präsidenten Robert Schiffwünsch überbringen, der heute leider verhindert ist. Er kennt unser System, kennt die Mannschaft, ist charakterlich ein super Typ, erfahren und auf vielen verschiedenen Positionen einsetzbar. Aus meiner Sicht ist er ein ganz wichtiger Baustein für uns. Ja, meine Damen und Herren, liebe Feilchen, das sind nicht etwa meine Worte über den Viola-TV-Regisseur Gregor, sondern das waren die Worte von Cheftrainer Thorsten Fink über David de Paula. David de Paula, der vorgestern seinen Vertrag bei den Feilchen verlängert hat und wieder voll mit der Mannschaft mittrainiert. David de Paula, warum hat er sich entschieden, bei den Feilchen zu bleiben? Es ist einfach der beste Verein in Österreich und ich fühle mich hier sehr wohl und mit Kollegen, es ist sehr gemütlich hier. Ich kenne alle, alle sind sehr nett mit mir und was kann ich sagen, ist einfach das Beste, hier zu sein. Ja, mit diesen äußerst erfreulichen Nachrichten aus dem Violetten Lager möchte ich Sie recht herzlich hier aus Frauenkirchen im burgenländischen Seewinkel begrüßen. Wir werden heute Zeuge des letzten Testspieles der Wiener Austria vor Beginn der ersten Pflichtspiele. Es geht heute gegen den Regionalligisten SCESV Pahrendorf hier in Frauenkirchen im Burgenland. Gleichzeitig mit diesem Spiel wird auch die neue Thermenarena hier in Frauenkirchen eröffnet. Es gab vorher eine feierliche Eröffnung unter anderem mit dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Nissel und die Arena wurde auch mit einer kleinen Feldmesse von Pater Thomas hier gesegnet und eingeweiht. Ja, sieht man auch nicht alle Tage. Ja, liebe Pfeilchen, wie gesagt, herzlich willkommen hier aus dem Burgenland. Wir werden heute auch einen weiteren Neuzugang der Pfeilchen erstmals im Violetten Trikot spielen und sehen, die Rede ist von keinem geringeren als Heiko Westermann, der bei den Pfeilchen die Rückennummer 18 tragen wird, HW18. Ja, wie gesagt, heute das letzte Testspiel der Pfeilchen vor dem ersten Pflichtspiel, nächsten Freitag, dem 14. Juli. Nächste Woche gegen Ebrechsdorf, dazu später ein bisschen mehr. Wir möchten noch kurz die bisherigen Testspiele Revue passieren lassen. Eine sehr gute Bilanz, das begann am 23. Juni mit einem klaren 10 zu 0 Auswärtssieg gegen Tamsweg. Dann in Seeboden im Trainingslager ein 1 zu 1 gegen Rubin Kazan, gefolgt von einem 3 zu 1 Sieg gegen den russischen Erstligisten Arsenal Tula. Hier hat sich auch Neuzugang Christoph Monschein zum ersten Mal in die violette Torschützenliste eingetragen. Dann vorige Woche eine knappe 1 zu 2 Niederlage gegen Zenit Sankt Petersburg. Und vor drei Tagen in Wien in der Austria Akademie am Laherberg ein klarer und wirklich schön anzusehender 4 zu 0, glatter 4 zu 0 Erfolg gegen den slowakischen Erstligisten D.A.C. Dunais-Gastreda besonders bemerkenswert an diesem Spiel war, dass sehr, sehr viele junge Spieler im Aufgebot der Pfeilchen zu sehen waren. Und jetzt überlasse ich Hans Niesl noch ganz kurz das Wort. Liebe Regierungskolleginnen und Regierungskollegen, liebe Bürgermeister, Abgeordnete, lieber Stadtbürgermeister, Präsident des Fußballverbandes, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube ganz zu Beginn möchte ich die ehemaligen Fußballer, die Jahrzehnte waren, für den Verein, ob das der UFC, der ASV oder der SC Frankirchen war, sehr, sehr herzlich begrüßen. Die ältesten, noch lebenden, aktiven Fußballer, wir wünschen uns auch Vizebürgermeister, der einen schweren Autounfall gehabt hat, natürlich eine gute Genesung. Und es ist ihm zugute gekommen, dass er langs Sport betrieben hat und diese schweren Verwendung so gut erstanden hat. Und ich möchte mich bei den hier jetzt Anwesenden, das haben wir spontan gemacht, das war nicht geplant, das war nicht im Protokoll, aber ich glaube man muss immer auch an die denken, die in der Vergangenheit die Füße hingehalten haben, die Funktionäre waren, die über Jahrzehnte hindurch den Fußball in Frankirchen hochgehalten haben, als aktive Fußballer, als Funktionäre und immerhin hier sind Spieler dabei, die von der Regionalliga bis weiter hinunter gespielt haben, erfolgreich gespielt haben, Regionalliga war die zweithöchste Spielklasse in Österreich und natürlich auch jene, die weiter unten gespielt haben, haben jahrzehntelang das Beste gegeben und haben sicherlich im Bezirk und in der Region zu den starken Fußballvereinen gehört, ob das der UFC war, ob das der ASV war und das waren in Frankirchen die besten Derbys und die besten Spiele. Schön, dass Sie da sind. Danke für Ihren Einsatz. Und ich frage auch, dass ich dabei sein kann, weil wir noch vielen Jahren der Diskussion es auch zusammengebracht haben, auch mit vielen, die hier anwesend sind, aus diesen beiden Traditionsvereinen einen Verein zu machen, nämlich den SC Frauenkirchen und das ist auch das Ergebnis dieser Sportanlage, dass die Kräfte gebündelt wurden, dass man sagt, wir brauchen jetzt in Frankirchen eine moderne, zeitgemäße Infrastruktur, um einen wichtigen Impuls für den Sport in Frankirchen zu setzen, für den Fußball-Sport. Wie es wurde gesagt, eine tolle Anlage. Ich glaube, wenn wir seinerzeit die Anlage gekauft hätten, dann auch besser geführt. Also ich glaube, das soll auch Motivation sein. Obmann, komm her, der neue Obmann, da sind die früheren Obmann, der neue Obmann ist mit dabei. Und ich glaube, diese gute Tradition für den Fußball-Sport in Frauenkirchen werden wir hier fortsetzen. Wir, die älteren Fußballer, wünschen natürlich, dir als Obmann, unserer Mannschaft, den SC Frauenkirchen, dass es hier tolle Spiele gibt. Die Anlage, die wir in den Bestand haben, 10 Jahre, 20 Jahre, den alten Platz hat, glaube ich, bis 76 und 70 Jahre. Also so lange gehen davon aus, dass auch dieser Platz hier Bestand haben wird. Und die Kritik der Wien-Austria, der Präsident ist da, der Vizepräsident steht bei uns, sagt, eine tolle Anlage, ein toller Rasen, ideale Spielbedingungen. Wir haben den Leo Wintner schon da gehabt, den Präsidenten des österreichischen Fußballverbandes, den Marcel Koller, die von dieser Anlage begeistert sind, internationale Normen, hinten der Trainingsplatz bis zur Landesliga geeignet. Und ich darf dazu sagen, ich wünsche einerseits unseren Gasten in Ostia für die kommende Meisterschaft alles Gute. Ich glaube, wir werden noch stärker sein. Und dem SC Frauenkirchen, lieber Obmann, komm her, dass ihr in der neuen Meisterschaft dieses tolle Stadion auch in noch bessere Leistungen umsetzen kann. Die Unterstützung von uns allen hast du. Wir stehen hinter dir, wir stehen hinter der Mannschaft. Und ich glaube, dass Frau Kirchen ein guter Fußballboden ist. Ich wünsche der SC Frauenkirchen viel Freude und viele Siege hier in der Thermen-Arena. Danke auch an die Therme, Frau Kirchen, an die St. Martins-Lotsch, dass es hier eine doch wichtige Unterstützung gibt für zukünftige Trainingslager. Da wird eben der Name Frau Kirchen auch national und international noch bekannter. Alles Gute, viel Erfolg und gratuliere zu dieser neuen Thermen-Arena. Eine tolle Sportanlage. Alles Gute. Danke, Herr Landeshauptmann, für seine Ausrunde, verhaftet. Ja, soweit Landeshauptmann Hans Nissel mit einer kleinen Eröffnungsansprache. Wir von Violet TV denken nicht nur an die Spieler, die in der Vergangenheit ihre Knochen oder ihre Füße hingehalten haben. Wir denken auch an die Spieler, die heute ihre Füße für Violet hinhalten werden. In diesem Sinne kommen wir jetzt zur Startaufstellung der Pfeilchen. Die Austria beginnt heute im Tor mit Mirko Koss. Mirko Koss erst kürzlich von den Amateuren hochgezogen mit der Nummer 99. Wir kommen zur defensiven Viererkette von rechts nach links. Auf der rechten Seite, Sie kennen ihn aus der letzten Saison, Jens Trieger, Larsen, unser Legioner aus Dänemark. In der Innenverteidigung heute zum ersten Mal im Violetten Trikot mit der Rückennummer 18, Heiko Westermann, der zweite Neuzugang dieser Transferperiode. Neben ihm in der Innenverteidigung mit der Nummer 4, wie gewohnt, Peter Pilipowitsch. Auf der linken Abwehrseite außen, Christoph Matschinko mit der Rückennummer 28. Wir gehen weiter ins defensive Mittelfeld. Hier sehen wir mit der Nummer 15 vor der Abwehr, Tarkan Serbest. Dann im offensiven zentralen Mittelfeld mit der Nummer 10, Alexander Grünwald. Daneben mit der Nummer 16, der junge Dominik Prokop. Und ganz vorne die drei Raketen, wie sie immer wieder genannt werden. Dann links Felipe Pires, Stoßstürmer heute, Christoph Monschein, Neuzugang von der Admirer. Und auf der rechten Seite Ismail Tajuri Schraddi mit der Rückennummer 7. Ja, wir werden Ihnen natürlich auch noch die Aufstellung von Parndorf hier durchgeben. Und zwar, ja, natürlich Cheftrainer Thorsten Fink, Verzeihung, darf man auf gar keinen Fall unerwähnt lassen. Bei Parndorf im Tor mit der Nummer 30 Christian Weidinger, defensive Nummer 12 Kircher, mit der Nummer 4 Stanisic, mit der Nummer 6 Patrick Wolf, nicht zu verwechseln mit dem gleichnabigen Patrick Wolf, der einmal in der Bundesliga gespielt hat. Nummer 15 Felix Wendelin, Ralf Rejdovian, Nummer 13 Lukas Umbrecht, Nummer 31 Thomas Jusic, Nummer 18 der junge Tobias Petric und vorne im Mittelstürmer, in der Position des Mittelstürmers, Nummer 17 Emir Dilic, Neuzugang vom SV Stadtlau. Nochmal kurz zurück zur Startelf der Feilchen. Wir sehen jetzt hier die taktische Aufstellung noch einmal mit Kos im Tor, mit Larsen, Westermann, Filipovic und Marcinko, die defensive Viererkette im zentralen Mittelfeld. Wie gesagt, Serbest, davor Prokop und Grünwald und das Offensivtrio Tadjuri Schraddi, Monschein und Pires. Ja, wie gesagt, heute das letzte Testspiel der Feilchen vor dem ersten Pflichtspiel nächsten Freitag, dem 14. Juli, nämlich die erste Runde im ÖFB Cup gegen den ASK Ebreichsdorf. Dieses Duell hat es ja letzte Saison auch schon gegeben. Man kann dadurch den SC ESV Pahndorf, den heutigen Gegner, als quasi perfekte Generalprobe für kommende Woche betrachten, denn Pahndorf spielt in derselben Spielklasse wie Ebreichsdorf, nämlich in der Regionalliga Ost. Letzte Saison schloss Ebreichsdorf auf Rang 6 mit 41 Punkten ab, Pahndorf belegte Rang 9 mit 37 Punkten. Man kann also davon ausgehen, dass die zwei Vereine auch leistungsmäßig nicht allzu weit auseinander liegen. Und von dem her kann man sagen, es ist heute alles angerichtet für eine Generalprobe. Es wird auf jeden Fall ein Gradmesser werden, eine letzte Standortbestimmung vor dem Beginn der Pflichtspielsaison nächsten Freitag, zu dem ich Sie übrigens auch herzlich einladen möchte anzureisen. Ebreichsdorf ist eine gute halbe Autostunde von Wien entfernt und leicht zu erreichen. Sehr, sehr netter Sportplatz dort mit freundlicher Atmosphäre. Also falls Sie nächsten Freitag, den 14. Juli, am Nachmittag Zeit haben, nehmen Sie sich Ihr Auto, bilden Sie eine Fahrgemeinschaft, kommen Sie nach Ebreichsdorf und unterstützen Sie die Pfeilchen auf dem Weg in die neue Saison 2017-2018. Ja, wir haben vorher von den Testspielen der Austria gesprochen, durchwegs positive Bilanz. Wieder mal in dieser Vorbereitung auch wieder die Handschrift des Trainerteams zu merken. Sehr, sehr viele Testspiele, wirklich teilweise eben zwei, drei Tagesrhythmus. Und wir haben Sebastian Hahn, den Co-Trainer von Thorsten Fink, gefragt. Sebastian Hahn, warum machen die Pfeilchen eigentlich so viele Testspiele? Der Vorteil ist, dass du unter Wettkampfbedingungen alles Taktische trainieren kannst. Wir haben es ja oft so gehabt, dass wir wirklich Halbzeit-Halbzeit gespielt haben, dass wirklich alle Spieler voll das System verstehen. Und es gibt kein besseres Taktiktraining, als es unter Wettkampfbedingungen zu haben. Und klar, im Training erarbeiten wir uns die Einzelheiten dort, die wir sehen wollen, sowohl im Spielaufbau, auch im Defensivverhalten. Da werden wir auch noch besonderes Augenmerk drauflegen dieses Jahr, dass wir da noch kompakter werden, defensiv. Und ja, und ich glaube, dass es für jeden auch das Schönste ist, zu spielen. Und wenn du viele Spiele machst, dann hat jeder auch seine Einzeitzeiten und kann sich dort dann auch voll auslasten. Ja, soweit Co-Trainer Sebastian Hahn mit informativen Auskünften zum Thema häufige Testspiele im Rahmen der Vorbereitung der Pfeilchen. Wie gesagt, es ist heute das letzte Testspiel vor Beginn der Pflichtspielserie. Es gibt dann, verzeihen Sie, Ende August, Anfang September noch zwei weitere Testspiele, die angesetzt sind. Aber könnte hier unter Umständen sein, dass es hier auch darum geht, die Spieler, die weniger zum Zug kommen, am Anfang der Saison einzusetzen, Spielpraxis zu geben. Und entscheidend, aber heute diese Standortbestimmung gegen Pahndorf. Wie gesagt, eine Mannschaft, die durchaus auf Augenhöhe mit dem Gegner nächste Woche, mit dem ASKE-Bresdorf gesehen werden kann. Ja, Pahndorf beginnt nächste Woche ebenfalls am Freitag in der ersten Runde des ÖFB Cup. Der Gegner für Pahndorf wird die Wiener Vienna sein. Allerdings starten die Burgenländer erst am 4. August in die Regionalliga Ost. Daher haben sie nachher noch zwei weitere Vorbereitungsspiele. Die Austria hingegen ist ja nächste Woche im Kapper im Einsatz. Wir werden hier Verteidigungsminister Doskozil und Landeshauptmann Nistel bei uns vorbeigehen und ihre Plätze einnehmen. Die Austria hat dann neun Tage nach dem ersten Cup-Spiel schon das erste Spiel der Bundesliga-Saison 2017-2018. Sie wissen, es geht los auswärts gegen Alltag. Ja, wir haben noch wenige Minuten hier bis zum Anpfiff. Stimmung ist gut. Die Arena hier in Frauenkirchen, die Thermen-Arena, die heute neu eröffnet wird, ist sehr gut besucht. Die Tribüne ist, wie ich sagen würde, knackevoll. Kein freier Platz, so weit das Auge reicht. Auch Zuschauer säumen die Bande rund um das Spielfeld, auch drüben auf der anderen Seite. Hinter den Teambänken. Es ist eine gute Stimmung hier. Die örtliche Blaskapelle gibt noch ein Ständchen zum Besten. Alles sehr feierlich hier. Gutes Wetter. Vorher ist hier eine kleine Regenfront vorbeigezogen, hat sich aber Gott sei Dank wieder verzogen. Ohne hier in Frauenkirchen niederzugehen. Es ist also angerichtet für ein richtiges Fußballfest. Viele Feilchen haben den Weg aus Wien hierher nicht gescheut. Um der Mannschaft noch einmal Props zu geben auf dem Weg in diese neue Saison. Die neue Saison, die ja die dritte Saison, die dritte Amtszeit von Cheftrainer Thorsten Fink bei den Feilchen ist. Aber letztens nach dem Spiel gegen Dunais Castreda haben wir kurz mit ihm geplaudert. Und er meinte, die dritte Vorbereitung fühlt sich schon etwas anders an. Die Mannschaft hat schon das Finksche-System in ihrer DNA eingeschrieben. Ich höre auch immer wieder von Spielern. Die Laufwege sind quasi blind vertraut. Man kennt einander sehr gut. Es wird auf sehr, sehr hohem Niveau trainiert. Die Neuzugänge Monschein und Westermann konnten sehr, sehr schnell in die Mannschaft integriert werden. Und das sind natürlich alles Dinge, die uns als Feilchen sehr hoffnungsfroh in diese Saison blicken lassen. Wie gesagt, die Wahrheit liegt am Platz. Natürlich, es werden die Ergebnisse zählen. Aber die Vorboten, die Fieberkurve, um in diese Saison zu starten, ist doch sehr optimistisch stimmend. Ja, lassen Sie uns kurz noch über die Transfers der Austria sprechen. Es ist eigentlich von den Zugängen her alles gesagt. Christoph Monschein, sie haben sicher die Medien entnommen, ist endlich nach langem Hin und Her mit der Admirer fix bei der Austria. Ist spielberechtigt, hat schon seine Einsätze gehabt, hat sich schon zweimal bei Testspielen in die Torschützenliste der Feilchen eingetragen. Beim 3 zu 1 gegen Arsenal Thule mit einem herrlichen Verschalltor nach einem Stangefass von Michael Blaunsteiner und vor 3 Tagen gegen Dunajskas Träder mit einem wunderschönen Flachschuss ins lange Eck. Mondstein hat schon hier in den wenigen Minuten, die er bis jetzt im Violettentrikot gespielt hat, gezeigt, warum er verpflichtet wurde, warum er geholt wurde. Ein Spieler, der nicht nur technisch brillant ist, sondern auch sehr schnell seinen Körper sehr gut einsetzt, auch kopfballstark ist. Ich würde mal sagen, keine erkennbaren Schwächen und es gibt mehr als genug Grund, sich auf die Performance vom Monschein diese Saison zu freuen. Ja, der zweite Neuzugang, Heiko Westermann, auch über ihn muss ich Ihnen nicht sehr viel erzählen, ist von Ajax Amsterdam gekommen, war vorher bei Schalke 04, war beim HSV, lange Kapitän. Von dort kennt ihn auch, unser Cheftrainer Thorsten Fink. 27-facher DFB-Teamspieler, ja, also das liest sich alles sehr, sehr gut. Ein sehr, sehr routinierter Mann, 33 Jahre alt, im besten Alter eines Innenverteidigers kann man sagen und ist natürlich geholt worden, um der Mannschaft zuvor zu helfen. Und wie gesagt, wir werden heute zum ersten Mal die Gelegenheit bekommen, Heiko Westermann im Violettentrikot auf die Beine zu schauen. Das ist ein interessantes, bekannteste Teil am Rande, Heiko Westermann ja sozusagen lange beim HSV gewesen. Neben ihm Peter Filippowitsch, der ja bei St. Pauli ausgebildet wurde, also man kann sagen, in der violetten Innenverteidigung. Ein innerhamburgisches Duell mit einem kleinen Augenzwinkern, aber was man hört, die zwei verstehen sich natürlich hervorragend. Für solche kleinen Heckeleien ist natürlich kein Platz und wir werden uns heute davon überzeugen können, wie unser Innenverteidiger-Duo auf dem Platz harmoniert. Ja, was gibt es abgangstechnisch bei der Austria zu vermelden in dieser noch sehr jungen Transferperiode? Sie wissen, Lukas Rothpuller hat das ihm vorgelegte Angebot der Austria nicht unterschrieben, ist derzeit auf der Suche nach einem neuen Verein. Wir wollen Lukas Rothpuller für seinen Einsatz im Violettentrikot danken und wünschen ihm alles Gute für seine sportliche Zukunft. Auch den Verein verlassen hat Marco Quasina, Ziel unbekannt. Ja, Sie wissen auch, es ist kein Geheimnis, dass zwei Spieler, die jetzt noch bei der Austria sind, den möglicherweise Wechselwunsch geäußert haben. Es geht hier um Larry Coyote und Jens Strier-Larsen, aber hier keine Neuigkeiten in der Causa. Wir werden das Ganze beobachten und sie natürlich am Laufenden halten, was sich in dieser Causa tut. Herzlich Willkommen in der Terminaree nach dem festlichen Öffnungsakt kommen wir zum Öffnungsspiel ausgesprächten der FK aus Berlin und der SCS von Bahndorf. Bevor wir zu einem Aufschluss kommen, noch ein Hinweis in der Einlasssage. Auf der Tribüne links, wo die Landschaften um den Haufen werden, gibt es auch eine geprägte Kantine. Ja, liebe Feilchen, die Aufstellung habe ich Ihnen ja schon vorher durchgegeben. Das brauchen wir jetzt kein zweites Mal durchgehen. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, dass das Spiel mit etwas Verzögerung angepiffen wird. Die Eröffnungszeremonie hat ein bisschen länger gedauert als geplant. Ich weiß es nicht, ob der Pater Thomas bei seiner Feldmesse die Segnung ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen hat oder ob die Blaskapelle vielleicht ein bisschen zu langsam gespielt hat. Was auch immer, das Spiel wird mit ein bisschen Verspätung angepiffen werden. Ich bitte Sie. Unverständnis liegt nicht in unserem Bereich. Aber andererseits, Vorfreude ist doch die schönste Freude. Und deshalb freuen wir uns jetzt einfach noch ein bisschen länger auf den Anpfiff dieses letzten Testspiels gegen Pahndorf. Ich werde vielleicht die Zeit kurz nützen, um Ihnen eine weitere gute Nachricht weiterzugeben, und zwar von den Amateuren. Vor drei Tagen hat die Austria bekannt gegeben, dass Toni Vastic unterschrieben hat. Der 24-Jährige hat ja bereits 70 Bundesligaspieler in den Beinen. Leider kam 2015 nach einem Kreuzbandriss seine Karriere etwas in Stocken. Jetzt wagt er einen neuen Anlauf bei den Pfeilchen mit, wie er selbst sagt, Perspektive nach oben. Wir wissen, was gemeint ist. Ja, die Amateure sind jetzt mit Vastic und Alexander Frank im Sturm sehr gut aufgestellt. Nicht zu vergessen auch den U18-Stürmer Dennis Tomic, der in der abgelaufenen ÖFB-Jugendliga-Saison 16 Tore erzielte. Ich denke, es interessiert Sie sicher, was hier bei der Austria im Nachwuchs passiert. Welche Spieler verpflichtet werden nachkommen. Sie sehen, hier ist jede Menge Aktivität zu verzeichnen. Apropos Aktivität, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Unter anderem Tarkan Serbest sehr engagiert in der Aktion. Pfeilchen helfen, Pfeilchen. Es geht hier um eine Aktion zugunsten der 16-jährigen Tamara, die seit Jänner 2017 leider fast vollständig erblindet ist. Die Geschichte können Sie auf der Austria-Homepage und auch auf www.tarkan-serbest.com nachlesen. Es gibt hier eine Spendenaktion, um Tamara zu unterstützen. Entweder finden Sie die Spendenboxen im Office Ost, wenn Sie sich Ihr Abo holen bei der Generali Arena oder über den Schindeler-Fonds, IBAN und Zahlungsreferenz sind eingeblendet. Ja, weitere Neuigkeiten. Es gibt, möchte ich Sie ein bisschen auf die Abos, auf die nächsten Pfeilchen-Abos hinweisen. Das Doppel-Abo ist im Moment der große Renner. Es gab seit 26. Juni den geschützten Vorverkauf fürs Doppel-Abo, exklusiv für Abonnenten und Mitglieder. Seit 3. Juli wird das Doppel-Abo auch für Abonnenten der Saison 15-16 angeboten. Und ab 10. Juli, das ist übermorgen, ist das Doppel-Abo im freien Vorverkauf. Alle weiteren Infos finden Sie unter www.fk-austria.at. Ja, im Juli, während hier die Mannschaften auf das Feld kommen, erzähle ich Ihnen noch schnell, wie gesagt, 14. Juli nicht nur die erste Runde im Cup auswärts gegen den ASKE-Breichsdorf, sondern auch die Auslosung für die dritte Runde der Europa-League-Qualifikation. Das ist die Runde, in der die Austria in den Bewerber einsteigt. Das heißt, der 14. Juli in Violetta-Hinsicht. Dann, neun Tage später, am 23. Juli, wie gesagt, die Eröffnung der Bundesliga-Saison aus Violetta-Sicht mit dem Auswärtsspiel gegen Alltag. Ja, die Mannschaften haben jetzt hier am Mittelkreis Stellung eingenommen. In der Mitte sehen Sie Verteidigungsminister Dosko Ziel, Landeshauptmann Niesl, das Schiedsrichterteam. Die Mannschaften von Pahndorf und der Austria, die Austria mit Kapitän Grünwald. Daneben der junge Torhüter Mirko Kos, daneben Serbest, Tajuri, Pires, Westermann, Filipovic, Prokop, Monschein, Macinko und Jens Strüer-Larsen. Ja, um das Thema Europa League Quali abzuschließen, Auslösung am 14. Juli und das erste Spiel. Das Hinspiel wird am 27. Juli stattfinden. Das Rückspiel am 3. August. Sollte die Austria diese dritte Runde überstehen, dann geht es in die Playoff, ebenfalls mit Hin- und Rückspiel. Und beim Überstehen der Playoff heißt es dann wieder Willkommen in der Gruppenphase. Aber das ist natürlich jetzt noch kein Thema. So, der Ernan-Kick von Landeshauptmann Niesl. Ja, technisch gar nicht so übel. Verliert aber den Ball gegen Alex Grünwald. Und jetzt der Münzwurf, die Mannschaften, tauschen Platz, tauschen Seite. Ja, Sie sehen heute zum ersten Mal im Tor der Kampfmannschaft den jungen Mirko Koos, 20-jähriger Goalie, der als dritter Goalie von den Amateuren hochgezogen wurde, koos viel bei den Amateuren mit tollen Leistungen auf. Vor allem beim Darby-Sieg im Frühjahr. Und wurde kürzlich langfristig von der Austria gebunden. So, der Austria hat die Seite gewählt. Pahndorf hat den Anstoß. Und das Leder rollt. Dornhackel. Mit einem Seitenwechsel. Aber Pires klärt den Ball ins Out. Sehr best raus jetzt, Westermann. Mit seinem ersten Ballkontakt rüber, spielt quer auf Filippowitsch. Und Filippowitsch sucht wieder den deutschen Neuzugang. Wie gesagt, merken Sie sich die Rücknummer 18 jetzt. Tajuri technisch sehr fein. Ja, und erreicht einen Einwurf für die Pfeilchen auf Höhe des Sechzehners. Larsen. Ja, Überzahlspiel hier auf der Seite. Prokop tankt sich durch. Und kriegt den Freistoß. Gute Distanz. Tajuri beim Ball. Pires kommt zu ihm. Wir werden sehen, wer von den beiden den Freistoß tritt. Auch Larsen bietet sich kurz an. Das ist das 1 zu 0 in der, ja, es ist noch immer die zweite Minute. Hat den Ball kurz aufs kurze Eck gespielt. Ist mir jetzt nicht ganz erklärlich, warum der Tormann überhaupt nicht reagiert hat. War mir leider ein bisschen die Sicht verstellt auf das Tor. Durch die Traube an Spielern hier vor dem Fünfer. Aber was soll's. Tajuri hat die Lücke erblickt. Eiskalt ausgenutzt. Und es steht 1 zu 0 nach nur zwei gespielten Minuten. Gegen Pahndorf. Tajuri hat ja letzte Woche in den Tests gegen Zenit St. Petersburg und gegen Dunais Castreda wegen leichter Oberschenkelprobleme gefehlt. Aber hat jetzt ganz, ganz deutlich unterstrichen, dass er wieder fit ist, wieder im Saft ist. Er hat sich quasi gleich mal mit einem Freistoßtor zurückgemeldet. Westermann. Jetzt Pahndorf im Konter. Dilic. Neuzugang von Stadtlau. Dornhackel. Ja, leichte Abstimmungsprobleme hier mit Dilic. Dornhackel schon länger bei Pahndorf. Dilic, wie gesagt, jetzt in dieser Transferperiode von SV Stadtlau verpflichtet worden. Ist einer von drei Neuzugängen bei Pahndorf. Pahndorf ein Verein, der in den letzten Jahren immer wieder zwischen Regionalliga Ost und Erster Liga gependelt ist. Ein Verein, der sehr vernünftig wirtschaftet, sich auf keine Experimente einlässt. Gute Nachwuchsarbeit. Werde Ihnen bei Zeiten später ein bisschen mehr dazu erzählen. Prokop. Geht auf die Seite raus. Tajuri. Zieht wieder rein. Ja, da ist alles zu. Westermann. Auf Filippowitsch. Ja, Marcinko auf der linken Seite. Wir sehen ihn hier wieder. Links in der Viererkette hat sich ja gegen Dunajskas Träder mit einer sehr starken Leistung empfohlen. Hat seine Leistung auch mit einem Tor gekrönt. Ein abgefälschter Freistoß von der rechten Seite mit dem linken Fuß reingezirkelt, während Tajuri auf Larsen rausspielt. Larsen zieht in den Straffraum, spielt flach zurück, aber bleibt an einem Pahndorfer Verteidiger hängen. Pires erobert den Ball auf Tajuri ein Schritt zu spät. Es gibt Einwurf für die Pfeilchen, die heute abermals im roten Trikot spielen. Westermann auf Serbest, Serbest kurz auf Grünwald. Ja, schöner Doppelpass gehen. Schön gedacht, aber ein bisschen zu scharf. Dieser flache, passenden Raum auf Christoph Monschein. Ja, Westermann dazwischen hier. Ja, gut geklärt von Westermann. Machinko. Machinko. Abspielfehler von Filippowitsch, kann ihn aber selbst wieder ausbügeln, jetzt Westermann am Ball, entscheidet sich für den Rückpass zu Mirko Koos, jetzt ein bisschen riskant hier, jetzt kann sich Pandorf am 16er der Austria etwas festsetzen, spielen jetzt aber wieder hinten rum, um das Spiel neu zu öffnen, mit einem Diagonalball, der im Auto landet, das war Felix Wendelin, Westermann spielt hier raus auf Tajuri, Tajuri spielt zurück auf Westermann, jetzt über die andere Seite, Pires, ja Westermann probiert den Lochpass, bleibt aber an einem Spieler von Pandorf hängen, es war Emir Dilic, ja Prokop hier von hinten ungeschnitten, von Umbrecht, ein Foul nicht mehr, nicht weniger, das Spiel läuft schon wieder, Marcinko über die linke Seite gibt zurück auf Pires, ja man sieht schon in den ersten Minuten, obwohl die Pandorfer hier ein schnelles 1 zu 0 kassiert haben, sind alles andere schockiert, sind sehr hellwach bei der Sache und Pires hat diesen Lochpass leider nicht mehr ganz erreichen können, es gibt Abstoß für Pandorf. Jetzt Grünwald mit einem Ballverlust im Mittelfeld, Dilic über die linke Seite im direkten Duell gegen Stria Larsen, kommt nicht durch, muss zurückspielen, Dornhackel, ja, Marcinko, Sieger im Duell gegen Patrick Wolf. Das ist übrigens nicht der Patrick Wolf, den Sie aus vergangenen Jahren aus der Bundesliga kennen, unter anderem von Wiener Neustadt oder Sturm Graz, sondern ein ganz junger Spieler, Patrick Wolf, 21 Jahre alt. Verteidigung auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar. So, Mirko Kos richtet sich den Ball zum Abstoß her, spielt flach auf Filipovic, wir kennen das von der Austria, kontrolliert der Spielaufbau von hinten raus, das ist Westermann. Falls Sie sich fragen, wo der violette Spielmacher Raphael Holzhauser heute ist, er fällt mit einem kleinen Bluterguss am Oberschenkel aus. Nichts tragisches, aber Trainer Thorsten Fink hat sich entschieden, Holzhauser eine Woche vor dem Cup-Spiel gegen Ebrechtdorf zu schonen. Keine unnötigen Risiken einzugehen, aber wie gesagt, er ist fit, gesund, es geht ihm gut, glücklich. Und er sitzt auf der anderen Seite neben der Bank. Jetzt, das ist Redovian gewesen, der neue Zugang in Rhein der Pandorfer. Jetzt Ballverlust für Pandorf und Tajuri schickt Monschein. Monschein geht jetzt hier auf der rechten Seite, versucht schnell flach reinzuspielen. Prokop lässt prallen auf Grünwald. Ja, sehr schön durchgesteckt von Pires. Das ist ein Pressball, landet hinterm Tor und es gibt Corner für die Fällchen. Pires spielt kurz auf Machinko und Flanke Machinko von einem Pandorf-Verteidiger gescherzelt, wie man so schön sagt. Und es gibt abermals Eckball für Violett. Diesmal Tajuri beim Eckball. Ich möchte mich auch bei Ihnen dafür entschuldigen, dass wir leider die beiden Ecken auf unserer Seite mit der Kamera nicht ganz einfangen können. Die Tribünenkonstruktion lässt es leider nicht zu. Ich versuche Ihnen alles zu beschreiben, damit Ihnen nichts entgeht. So, Torhüter Weidinger pflückt diese Flanke herunter und jetzt mit dem weiten Abschlag der Ball wieder im Spiel. Verschauen. Ja,chi. Verschauen. Das Shay編 wird dann Kindermich Art Surv� Butler gelat Gutsch Safety. it 115 ab. Das ist怎麼樣bild. Ja, mit der Nummer 10 hier bei Pahndorf, das ist Neuzugang Josef Reydovian. Jetzt Monschein, geht alleine aufs Tor, spielt ab auf Pires und der schiebt den Ball nur einmal ein ins quasi leere Tor, sehr übersichtlich, sehr mit viel Übersicht gespielt von Christoph Monschein, sehr uneigennützig auch, hat sofort den Kopf oben gehabt, hat Pires gesehen auf der linken Seite in den Strafraum hineinlaufend und hat hier nicht die riskantere Variante gewählt, den Torhüter selbst umspielen, sondern sofort auf Pires abgelegt. Man sieht, Monschein, nicht nur technisch hervorragend gelöst, sondern auch ein großartiger Teamplayer, würde ich mal sagen. Dieses Tor gehört beiden. Wir schreiben die 14. Minute hier in Frauenkirchen und es steht 2 zu 0 für die Pfeilchen. Dornhackel. Ja, sehr schön gespielt auf Monschein, Monschein sieht Prokop, dem prallt der Ball ein bisschen zu weit vom Fuß weg, kann geklärt werden, Larsen gewinnt das Duell und Pandorf wieder am Zug, Reydovian, Reydovian mit dem langen Diagonalball, Marcinko gewinnt abermals das Kopfballduell. Man muss sagen, er ist zwar nicht der Größte, aber Kopfballstark, Zweikampfstark. Heute bis jetzt eine absolut tadellose Leistung von Marcinko. Grünwald. Grünwald. Ja, Servest, Servest, der heute ein bisschen in der Rolle ist. Ja, schöner Doppelpass zwischen Tajuri und Larsen. Larsen spielt flach rein. Ah, schade. Prokop hat den Ball hier sehr schön angenommen, aber mit dem rechten Fuß, mit dem Innenriss, leider den Ball sozusagen den Effet in die falsche Richtung verpasst. Der Ball dreht sich vom Tor weg und geht knapp am langen Eck vorbei. Es gibt Abstoß für Pandorf. Ja, nochmal kurz auf die Nummer 10 bei Pandorf zurückzukommen. Josef Reydovian ist einer von drei Neuzugängen dieser Saison. 26 Jahre vom slowakischen Verein FK Dukla Banska Bistritza verpflichtet worden. Ist ganz offensichtlich, und das sieht man nicht nur an seiner Rückennummer, hat Spielmacher geholt worden. Jetzt Pires auf Marcinko. Marcinko mit der hohen Flanke, Innenstrafraum, die erreicht Prokop leider nicht. Servest spielt nach rechts auf Larsen. Larsen jetzt mit einem wunderschönen Weitschuss. Und da muss Weidinger sich schon sehr lang machen, um den Ball noch aus dem Kreuzeck zu fischen. Ja, toller Fernschuss von Larsen. Hat er ja auch im Pflichtspielen schon des Öfteren bewiesen, dass er einen sehr guten rechten Fuß hat. Und sich nicht scheut, den noch einzusetzen. Ja, Westermann beendet diesen Pandorfer Konterangriff. Und der Jury entschließt sich zum Pass zurück. Filippovic. Jetzt Westermann. Sied Pires. Es ist wieder das Geduldsspiel, das wir schon kennen. Abwarten, die Seite verlagern. Im richtigen Moment das Tempo wechseln. Jetzt Grünwald. Ja, Ball ist. Situation abgepfiffen. Nicht genau gesehen, warum. Wahrscheinlich eine Abseitsstellung. Ja, gut gelöst vom, sehr gut gelöst vom Prokop. Gegen zwei Gegenspieler hat sich hier technisch sehr fein freispielen können. Grünwald. Jetzt mit einem schönen Heber, der hätte Ismail Tadjuri Schraddi im Strafraum erreichen sollen. Leider war der Kopf von Dornhackl dazwischen. Ja, jetzt wieder ein schöner Wechselpass von Filipovic. Tadjuri wieder frei, gespielt auf Larsen, Larsen, versucht rein zu flanken. Flanke wird aber geblockt. Und Pires, sehr beweglich heute. Prokop und Filipovic mit einem Gewaltschuss aus, ja gut, 25 Metern. Schuss wird von einem Pandor-Spieler abgefälscht und es gibt abermals Corner für die Pfeilchen. So, Tadjuri schießt diesen Corner ein bisschen zu stark. Geht an Freund und Feind vorbei. Ladet im Tor aus. Werde diese Gelegenheit nützen, Ihnen kurz was über Pandorf zu erzählen. Pandorf, etwas komplizierter Vereinsname SC ESV Pandorf 1919. Dieser Name resultiert aus einer Fusion zweier Pandorfer Klubs aus dem Jahre 1988. Pandorf bis 2003 in diversen burgenländischen Ligen aktiv. 2003 dann der erstmalige Aufstieg in die Regionalliga Ost. Jetzt spielt Larsen vertikal auf. Prokop zieht wunderschön mit einem Lochpass auf Mondschein. Der dürfte aber knapp im Abseits gewesen sein. Ja, wie gesagt, 2003 steigt Pandorf zum ersten Mal in die Regionalliga auf. 2006 schaffen sie sogar den Aufstieg in die erste Liga. Jedoch 2008 wieder relegiert in die Regionalliga Ost. 2013 wieder Meister. Also Sie sehen immer quasi eine Art Fahrschulmannschaft zwischen der Regionalliga und der ersten Liga. 2013 Aufstieg durch Relegation gegen Blau-Weiß Linz. Allerdings in der darauffolgenden Saison 2014 nur Tabellenrank 9. Daher erneut Relegation gegen den Lass gespielt. Diese verloren. Wieder Abstieg in die Regionalliga Ost. Und seitdem Stammgast, solider Stammgast in der Regionalliga Ost. Auch im ÖFG Cup 2008 einmal die erste Runde überstanden, gegen Wacker Innsbruck aufgestiegen. Allerdings dann in der zweiten Runde gegen Wiener Neustadt ausgeschieden. Trainer von Pandorf ist übrigens Paul Hafner, der seit 2007 wechselweise als Co-Trainer, Interimstrainer, Cheftrainer bei der ersten bzw. zweiten Mannschaft von Pandorf tätig ist. Der 40-Jährige hat es als Spieler so um die Jahrtausendwende herum immerhin bis zu Vereinen wie FC Tirol, Wattens oder dem SC Intervetten, manche werden sich noch erinnern, geschafft. Hafner hat vor fünf Jahren seine aktive Karriere bei der zweiten Mannschaft von Pandorf beendet und besitzt die UEFA-Lizenz. Jetzt ein sehr schöner Heber von Heiko Westermann. War gedacht für Jens Strüelhausen. Aber der Ball ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu schnell sogar für unseren schnellen Dänen. Auf der rechten Außenbahn. Ja, die Kampfmannschaft von Pandorf ist eine gute Mischung aus Spielern aus dem eigenen Nachwuchs und etwas routinierteren Spielern. Allerdings sucht man vergeblich große Namen oder bekannte Namen aus vergangenen Zeiten. Jetzt Monschein mit einem Stürmerfoul hat, ich glaube es war Dornhackel, in der Luft aus dem Gleichgewicht gebracht. Nichts Schlimmes, aber berechtigter Freistoß für Pandorf. Ja, Westermann wieder sehr aufmerksam. Pires kriegt den Ball und spielt ins... Auf Monschein, Monschein! Hat sich sehr schön durchgesetzt hier gegen zwei Verteidiger. Der Ball allerdings nicht platziert genug. Weidinger kann wieder zum Eckball klären. Aber man sieht schon hier bei der Austria, das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Die dritte Saison von Thorsten Fink. Hier funktionieren schon sehr viele Automatismen zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Eingespielte Mannschaft und Pires mit dem Eckball. Ja, Westermann mit einem guten Kopfball. Hat den Ball nicht ganz drücken können. Jetzt Tadjuri! Ja, das ist Powerplay der Wiener Austria. Tadjuri! Ja, schöner Seitenwechsel auf Pires. Austria muss hier ein bisschen Geduld walten lassen. Den Pandorf auch defensiv gut organisiert. Kann man hier sehr schön sehen. Wenig Räume. In denen man operieren kann. Man muss den Ball kontrollieren. Das Spiel immer wieder verlagern. Und zur richtigen Zeit den Rhythmuswechsel machen. Jetzt Larsen mit einem wichtigen Ballgewinn. Und Filipovic, das war jetzt ein bisschen ungeschickt. Wäre abseits gewesen. Aber die Aktion nicht ungefährlich aus Sicht der Pandorfer. Filipovic hier mit einem unglücklichen Ballverlust. Und dann ist es schnell gegangen. Aber ich glaube, es war Dilic einen Schritt zu weit vorne. Das war offensichtlich eine Vorteilsituation. Filipovic hat seine Gegenspieler am Trikot gehalten. Schiedsrichter hat den Vorteil abgewartet. Und es gibt jetzt Freistoß getreten von Redovian. Ja, kein schlechter Freistoß. Aber vielleicht einen Hauch zu wenig präzise hier aufs lange Eck gezirkelt. Und der Schiedsrichter unterbricht jetzt nach 24 Minuten das Spiel zum ersten Mal für eine Trinkpause. Schon vorher kurz erwähnt. Heute gutes Wetter hier an sich. Es gab vorher eine kleine Regenfront. Die ist am Horizont vorbeigezogen. Hat Frauenkirchen Gott sei Dank nicht erreicht. Jetzt ist die Sonne wieder draußen. Es ist sonnig, wenngleich durchaus die eine oder andere Wolke am Himmel zu sehen. Aber gutes Wetter. Wir stehen hier im Schatten der Tribüne. In der prallen Sonne ist die Temperatur sicherlich eine andere. Daher, wie auch schon gegen Dunaiskasträder, werden beide Halbzeiten in zwei Hälften geteilt. Durch eine kleine Trinkpause. Ja, wie gesagt, Pandorf. In dieser Transferperiode schon mit drei Neuzugängen. Also mehr als die Pfeilchen. Neben Redovian, den ich Ihnen schon kurz gezeigt habe. Der Spieler mit der Nummer 10 ist auch noch Demir Dilic gekommen. Er spielt heute den Mittelstürmer, 25 Jahre alt, vom FC Stadlau verpflichtet worden. Und der dritte, ebenfalls ein Stürmer, Pavel Malcharek, 31 Jahre alt, vom FC Ruandorf verpflichtet. Ja, Pandorf hat auch eine zweite Mannschaft, die in der burgenländischen Landesliga spielt. Sowie insgesamt sieben Nachwuchsteams von der U6 bis zur U16 im Rahmen des burgenländischen Fußballverbandes. Sie sehen also, dieser Verein tut eine ganze Menge für den Nachwuchs, für die Jugendarbeit, muss man lobend erwähnen. Das sind Vereine, die vernünftig arbeiten, gut wirtschaften. Letztlich eine Arbeit, die dem österreichischen Fußball zugute kommt. Servest, das Spiel geht wieder weiter. Spielt rüber auf Westermann. Westermann sucht und findet Jens Drühr Larsen. Aber mal Servest. Der Ball kommt leider nicht an bei Alex Grünwald. Jetzt Redovian, jetzt eine Kontersituation, die nicht ganz ungefährlich ist. Jetzt Dilić und Strühr lernen sich gerade ein bisschen besser kennen. Jetzt hier auf der linken Seite. Angriff geklärt. Mondschein. Leider der Pass hängen geblieben und Prokop geht dazwischen. Stanisic lässt das Bein stehen und es gibt Freistoß. Freistoß für die Wiener Austria. Am Ball stehen wieder mal Tajuri und Pires. Die Frage, wird der Ball zum Tor hingezirkelt oder vom Tor weggezirkelt? Zweiteres ist der Fall, den Pires schießt mit rechts. Aber der Ball ein wenig zu unpräzise. Es gibt Abstoß vom Tor von Christian Weidinger. Filippović gewinnt das Kopfballduell. Ball kommt allerdings leider nicht bei Grünwald an. Dürfte schon im Out gewesen sein. Christoph Macinko wird den Einwurf ausführen. Ja, Westermann sehr gut. Mit viel Übersicht spielt vorher auf Prokop, aber der Ball ein bisschen zu stark. Christian Weidinger nach knapp 30 Minuten sicherlich einer der Spieler mit den meisten Ballkontakten am Feld. Bis jetzt eine ausgezeichnete Partie der Austria. Dieser Abschlag landet ihm aus. Es gibt Out-Einwurf. Jens Trüe-Larsen holt sich die Frucht. Wir hatten schon im Spiel gegen Dunaiska Strader das Schattenquiz. Vielleicht können Sie es jetzt gerade sehen. Hier am Tribünendach The Shadow, wie wir ihn nunmehr nennen. Das ist natürlich die Silhouette von Austria-Videoanalyst Kai Norman Schulz, der sich wieder einmal die beste Vogelperspektive für diesen Platz gesucht hat, um das Spiel mitzufilmen. Ich muss sagen, die Austria offensiv sehr präsent und auch wenn sie den Ball verliert. Es wird sofort gepresst, es wird draufgegangen. Pahndorf tut sich schwer, einen kontrollierten Spielaufbau zu betreiben. Wie gesagt, hier die Schließung der Lücken, der Räume funktioniert schon ganz hervorragend. Und wie schon vorher erwähnt, ist sicher zu einem guten Teil der Kontinuität in der Arbeit von Cheftrainer Thorsten Fink zuzuschreiben. Jetzt Pires. Er kommt leider nicht durch. Einwurf für die Pfeilchen. Machinko. Ja, wie gesagt, Mondschein können wir jetzt schon zum wiederholten Male im violetten Trikot Spiel sehen, beziehungsweise heute im roten Trikot. Aber besonders interessant, während Larsen jetzt nach Ballgewinn auf Tadjuri spielt, Grünwald im Strafraum mit Fernmitteln vom Ball getrennt wird. Heute besonders interessant, ein Auge auf unseren Neuzugang aus Deutschland. Heiko Westermann zu haben, macht sich bis jetzt hervorragend, fehlerlos, sehr präsent am Platz. Ist ein Spieler, den man, wenn man sich für Fußball interessiert, am Schirm hat, kennt. Man weiß seine Stärken, man kennt seine Zweikampfstärke. Jetzt Grünwald spielt auf Tadjuri. Tadjuri wird, ja, von Stanisic mit den Händen ein bisschen bearbeitet. Was den Schiedsrichter dazu inspiriert, seine Pfeife zu betätigen. Es gibt Freistoß von der rechten Seite, den der Gefaulte wohl selbst treten wird. Tadjuri. Ja, wieder flach aufs Kurze. Ein bisschen dieselbe Idee gehabt wie bei seinem Freistoß, der zum 1 zu 0 geführt hat, gleich zu Beginn des Spieles. Allerdings war diesmal wesentlich mehr los am kurzen Eck. Ball wurde abgefälscht, es gibt einen Eckball. Standards sind ja normalerweise bei der Austria die Sache von Raphael Holzhauser. Jetzt Tadjuri kurz auf Brokow. Brokow-Larsen. Larsen versucht den Direktschuss mit dem Linken diesmal. Von knapp außerhalb des Sechzehners, aber der Ball geht leider am langen Eck vorbei und drüber. Ich möchte auch anmerken, dass heute ein sehr windiger Tag ist. Sie sehen es vielleicht teilweise an den Fahnen hinterm Tor. Ein ziemlich starker Wind hier im Seewinkel des Burgenlandes, ja hier sehr flach. Und trägt möglicherweise seinen Teil dazu bei, dass der eine oder andere lange Pass vielleicht nicht so wie gewünscht ankommt. Jetzt Pahndorf wieder mit dem Ballverlust. Westermann mit sehr gutem Stellungsspiel. Tadjuri gabelt. Und gewinnt einen Einwurf. Na, doch nicht. Interessante Entscheidung des Niedernrichters, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber er wird es wohl genauer gesehen haben. So, Larsen mit einem Querschläger, aber Marcinko spielt zurück auf Kurs. Ah, das war jetzt ein rustikales Einsteigen von Patrick Wolf gegen Mirko Kurs. Aber entschuldigt sich freundschaftlich. Und sicher nicht bösartig. Kurs steht wieder, kann den Ball auf Westermann spielen und das Spiel wieder eröffnen. Serbest. Prokop spielt raus auf Marcinko. 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 Kriegt einen Freistoß. Ja, das Spiel vor drei Tagen gegen Dunaiskasträder. Eine klare Sache. Gegen einen Gegner, der natürlich nicht das spielerische Level von einem Verein wie Zenit St. Petersburg hat. Das Spiel einen Tag davor gewesen. Aber immerhin ein slowakischer Erstligist mit einer guten, kompakten Mannschaft. War gut eingespielt. Umso bemerkenswerter der klare Sieg der Austria, zumal gegen Dunaiskasträder sehr, sehr viele junge Spieler gespielt haben. Es gab eine Innenverteidigung mit Jonovic und Borkovic. Wir haben Blaunsteiner gesehen. Wir haben Canchula gesehen mit einer Top-Leistung vor der defensiven Viererkette. Wir haben Page gesehen. Natürlich Prokop, den wir ja... Ja, jetzt eine gute Chance. Leider verliert Tadjuri den Ball im Sechzehner. Auf jeden Fall viele junge Spieler gegen Dunaiskasträder. Und trotz der schweren Beine, die so eine Vorbereitung naturgemäß mit sich bringt, haben die Jungs eine sehr, sehr agile Leistung geboten. Jetzt schön reingespielt auf Borkovic. Es ist heute sehr viel Offensivdruck von der Austria da. Was vielleicht noch nicht ganz hinhaut, die Präzision des allerletzten Passes. Aber das ist ja der Pass, bei dem man am meisten Risiko eingehen muss. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Jetzt Pires mit einem Ballverlust. Redovian geht auf der rechten Seite. Und Filippovic zeigt dem Kollegen, wer hier der Herr im Haus ist. Westermann. Spielt raus auf Tadjuri. Tadjuri heute auch an allen Ecken und Enden des Platzes zu finden lassen. Und der nächste Einwurf für Violett. Ja, falls Sie erst jetzt zugeschaltet haben. Ja, es spielt jetzt heute hier in Frauenkirchen das letzte Vorbereitungsspiel vor der ersten Cup-Runde nächste Woche hier gegen den Regionalligisten Pahndorf. Es steht 2 zu 0 für die Feilchen. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Die Torschützen sind Tadjuri Schraddi mit einem direkten Freistoß in der zweiten Minute. Und Pires nach einer wunderschönen Vorlage von Neuzugang Christoph Monschein in der 13. Minute. Jetzt Pahndorf über die linke Seite mit Dilic. Redovian. Die beiden Neuzugänge von Pahndorf. Auf jeden Fall auffällig. Dornhackl. Es gibt's. Wieder mal Einwurf für Violett. Spielaufbau über links. Marcinko findet Pires. Pires hat offensichtlich einen direkten Gegenspieler, der sein Trikot sehr gern hat. Gleich mal probiert, wie er sich angreift. Herr Westermann raus auf Tadjuri. Tadjuri zieht rein. Verlängert auf die andere Seite. Grünwald findet sich dort am 16. Eck. Flankt lange. Wunderschön. Das war sehr schön. Eine tolle Aktion, die zum 13.0 führt. Flanke von Alex Grünwald. Christoph Monschein mit dem Kopfball. Der Thormann Weidinger kann nun abprallen. Und Dominik Prokop mit der Nummer 16 schiebt den Ball mit dem Innenriss ins lange Eck. Die mitgereisten Pfeilchen nehmen die Nachricht mit Freude auf. Es ist das zweite Tor von Dominik Prokop in dieser Vorbereitung. hat er schon beim 1 zu 1 gegen Rubin Kazan genetzt. Auch interessant sehen Prokop heute wieder offensiv zentral gegen Dunaiskas Träder. Bei dem Spiel hat ja Isi Tadjuri wegen leichter Oberschenkelprobleme gefehlt. hat Prokop die Flügelposition eingenommen. Also wir sehen Prokop äußerst vielseitig im offensiven Bereich. De facto auf jeder Position einsetzbar. Hat seine Sache in beiden Spielen auf beiden Positionen sehr gut gemacht. Sehr best. Ja, Pires mit einem Dreiviertel Pirouetten und dann das Bein des Gegners. Ja, Grünwald lässt direkt weiterlaufen für Pires. Pires wollte ja das gleiche für Grünwald tun, aber ein Verteidiger von Pahndorf lenkt den Ball zum Eckball. Macinko auf Pires, Pires auf dem Weg in den Strafraum, macht den Haken. Ball findet Grünwald, aber der reißt ihn ein wenig ab. Und jetzt ein offensiv-Faul-Freistoß für Pahndorf. Das ist Redovian. Der den Ball liegen lässt. Ja, Larsen, sehr zweikampfstark. Der setzt seinen Körper hier sehr gut ein. Ich muss sagen, das gilt für beide Außenverteidiger. Sowohl Macinko als auch Larsen, die ja beide jetzt nicht unbedingt Riesen sind. Aber sehr stark in den Luftduellen. Wissen ihren Körper sehr gut einzusetzen. Und das ist ja auch eine wichtige Eigenschaft, die man als Außenverteidiger mitbringen sollte. So. Das ist Christoph Macinko. Pires. Sehr schön zu sehen hier das Finksche-System, das wir schon aus den letzten beiden Saisonen kennen. Heute vielleicht, ja, vielleicht Tarkan Serbes noch am ehesten in der Rolle von die Holzhauser. Aber sonst einnimmt jetzt eine Konterschance. Dilic. Aber Larsen geht schön dazwischen. Und Koss kann den Ball klären. Jetzt Prokop auf Grünwald. Jetzt gibt es eine Kontrasituation. Ah, hat Monschein wohl einen Ellenbogen an den Kopf oder ins Gesicht bekommen. Ich habe es leider nicht genau gesehen. Der Schiedsrichter hat schon einen Freistoß gepfiffen. Angriff unterbunden. Nice. In einem Bewerbsspiel vielleicht könnte man sowas als taktisches Foul werden. Wäre dann mit einer gelben Karte zu ahnden. Aber ich muss generell sagen, dass die heutige Partie sehr fair geführt wird von beiden Seiten. Man schenkt sich nichts. Aber beide wollen Fußball spielen. Jetzt Grünwald mit einem guten Schuss. Tarkan Serbes mit einem etwas weniger guten Nachschuss. Es gibt Absturz für Pandorf. Ja, was ich sagen wollte. Das Finksche System. Es ist dann noch letztlich der Eingespieltheit des Teams. Nochmal auf die dritte Amtszeit von Thorsten Fink zurückzukommen. Man kann zu verdanken, dass einzelne Spieler ausgetauscht, ersetzt werden können. Naja, ein Holzhäuser kann natürlich niemand ersetzen. Aber das System funktioniert. Und man kann die Handschrift auch heute erkennen. Jetzt ein Querschläger von Torhüter Weidinger von Monschein eiskalt ausgenutzt. Aber Weidinger kann in letzter Sekunde in höchster Not seinen Schnitzer korrigieren. Aber man sieht auch hier, Monschein hell wach geht jeder Chance, jeder Möglichkeit nach. Übrigens, apropos Monschein. Während Pires hier wieder gefault wird von... Ich habe es leider nicht genau gesehen, wer es war. Wieder ein Freistoß für die Pfeilchen. Diesmal wird wohl Kapitän Alexander Grünwald das Leder treten. Könnt ihr mir vorstellen, dass er es direkt probiert. Ja, das ist auch der Fall. Sehr schön, sehr platziert. Und während Pahndorf-Gohli Weidinger den Ball sicher fängt, pfeift der Schiedsrichter die erste Halbzeit ab. Es steht 3 zu 0 für die Wiener Austria durch Tore von Tajuri, Pires und Dominik Bokop. Die Pfeilchen bieten auch heute wieder eine sehr ansprechende Leistung. Man kann hier durchaus bis jetzt von einer gelungenen Generalprobe für die erste Cup-Runde nächste Woche in Ebrechtsdorf sprechen. Ja, besonderes Augenmerk, wie gesagt, heute auf das violette Debüt von Heiko Westermann, der gemeinsam mit Peter Filipowitsch in der Innenverteidigung eine fast tadellose Leistung bietet. Wir werden sehen, wie Thorsten Fink in Halbzeit 2 wechseltechnisch agieren wird. Es ist ja schon vorgekommen, dass er um die 60. Minute herum durchgewechselt hat. Letztens gegen Dunajska nur vereinzelte, positionsgetreue Wechsel. Wir werden das genau im Blick haben und Sie natürlich darüber informieren. Ja, mit der Kampfmannschaft gehen jetzt auch wir von viola.tv in eine kurze Pause. Erholen Sie sich, holen Sie sich was zu trinken, machen Sie es sich wieder gemütlich. In gut 10 Minuten sind wir wieder für Sie da mit den neuesten Infos und der zweiten Halbzeit des heutigen Testspiels von Austria gegen Pandorf. Inzwischen viel Spaß und angenehme 10 Minuten. Bis gleich. Tschüss. 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 Vielen Dank. 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 Ansprechungen mit Larsen und Serbest. Auch Grünwald gesellt sich dazu. Ja, Kadiri, nicht nur bärenstarker Zweikämpfer, sondern auch wirklich technisch sehr gut am Ball. Er ist in der Innenverteidigung eine sehr, sehr gute Option. Filippowitsch, Westermann, Kadiri. Ich würde sagen, Thorsten Fink hat hier die Qual der Wahl. Also, die zweite Halbzeit geht in Kürze los. Die Austria hier bislang mit zwei Wechseln. Friesenbichler für Mondschein an vorderster Front. Und hinten in der Viererkette Kadiri statt Westermann, der in Halbzeit 1 eine tadellose Leistung geboten hat. Ich denke, Thorsten Fink kann mit seinem ersten Auftritt im violetten Trikot zufrieden sein. Ja, Friesenbichler jetzt am Mittelkreis hat sich den Ball schon zurechtgelegt und wartet auf das Signal des Schiedsrichters, die zweite Halbzeit zu beginnen. Es steht 3 zu 0 für die Wiener Austria. Und Alex Grünwald spielt den Ball zu Filippowitsch zurück. Und jetzt Kadiri mit seinem ersten Ballkontakt. Sehr best. Sehr best. Kadiri spielt raus auf Tadjuri, Tadjuri zurück. Jetzt Prokop kurz auf Pires. Pires sieht die linke Seite ist offen. Marcinko schickt Prokop in den 16er. Ja, wäre ein schöner Schlenzer, wäre auf Tadjuri gedacht gewesen. Kommt aber nicht ganz an. Es gibt Einwurf für die Wiener Austria. Tadjuri wirft. Larsen. Ja, Prokop, wunderschöner Doppelpass. Lässt abtropfen. Und Weidinger kann nur mit Mühe zum Eckball klären. Sehr schönes Zusammenspiel zwischen Larsen und Prokop. Es gibt Eckball für die Feilchen. Tadjuri. Ja, bringt den Ball gut herein. Kann allerdings geklärt werden. Jetzt der Konter über Redovian. Spielt hier auf die andere Seite. Serbest kann die Situation vorübergehend entschärfen. Und jetzt Marcinko mit dem Bein am richtigen Fleck. Ja, dieses Herausspielen hat leider nicht funktioniert. Pires ist ein bisschen gegen den Lauf erwischt worden. Ja. Es gibt Einwurf für die Feilchen. Ja, das ist ein bisschen рублей. Ja. 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 Beide Mannschaften haben in der Pause gewechselt. Aus dem Spiel Nummer 14 Christoph Ronschein, 9 Spielen mit der neuen Kevin Friesenbecher, SCS von Bahndach, zweimal gewechselt, aus dem Spiel Nummer 6 Patrick Wolf, 9 Spielen mit der 14 Christian Wulbic, und 9 Spielen Nummer 37 Andreas Schreinhöfer und außen Spielen Nummer 11, Rodriguez Petric. Ja, Sie haben es gehört, den Violettenwechsel haben wir Ihnen ja schon zu Beginn der zweiten Halbzeit mitgeteilt, auch Bahndorf hier schon mit zwei Wechseln, klar. Es ist ein Vorbereitungsspiel, wird hier Trainer Hafner sicherlich taktisch als auch personell ein bisschen was sehen wollen, ein bisschen was ausprobieren, während Prokop hier nicht ganz einverstanden ist mit dem Linienrichter, sich wohl einen Eckball gewünscht hätte, aber es gibt Abstoß vom Tor der Burgenländer. Ja, ein paar interessante statistische Details zum aktuellen Kader der Feilchen würde ich Ihnen noch gerne liefern. Natürlich befinden wir uns jetzt inmitten der Transferperiode, es kann sich natürlich noch ein bisschen was ändern, aber wer mit der Kadersituation der Austria vertraut ist, weiß, dass hier maximal noch an einzelnen Schrauben, einzelnen Stellrädern justiert wird, dass der Kader im Großen und Ganzen so steht, wie er ist. Besteht momentan aus 27 Spielern, davon 13 Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Ah, sehr schöne Flanke, ich glaube es war Larsen, jedoch hat das Grünwald nicht den nötigen Druck hinter den Ball gebracht bei diesem Kopfball. Aber eine gute Chance. Ja, 27 Spieler, davon 13 aus dem eigenen Nachwuchs. Durchschnittsalter des gesamten Kaders 23,1 Jahre, sehr, sehr junger Kader. Es gibt nur sechs Spieler bei der Austria, die über 25 sind und drei Spieler über 30, nämlich Robert Alma, Heiko Westermann und der Spanier David de Paula. Jetzt sehr schöner Lochpass auf Friesenbichler. Friesenbichler im zweiten Versuch trifft er. Ja, er zieht das 4 zu 0 hier für die Austria. Sehr, sehr schöner Pass in die Tiefe. Ich glaube, es war Serbest. Und Friesenbichler gewohnt kaltschneuzig. Ja, und wir stellen mit Bewunderung fest. Das ist Friesenbichlers neuntes Tor in dieser Vorbereitung. Damit mit großem Abstand Topscorer der Feilchen. Aber das weiß man Friesenbichler auch, wie gesagt, wenn er letztes Jahr sehr oft die Joker-Rolle inne hatte, weil das Trio vorne einfach funktioniert hat. Er hat seine Chance immer genutzt. Friesenbichler hat ja vorige Saison bewerbsübergreifend zehn Treffer erzielt, inklusive dieses Traumtors auswärts gegen Astrid Juiciu, an das Sie sich sicherlich noch erinnern können. Fast unmöglicher Volley, der dann im Kreuzheck gelandet ist. Wie gesagt, Thorsten Fink, ein großer Fan des jungen Steirers. Und ich bin mir sicher, Friesenbichler wird dieses Jahr seine Einsätze, seine Chancen bekommen und wird diese auch zu Nutzen wissen. Ja, jetzt sehr schön durchgesteckt von Prokop, aber Pires hier leider einen Schritt zu weit vorne im Abseits. Gibt indirekten Freistoß für Pahndorf. Ja, vielleicht noch ein kurzes Wort zu Abdul Kadiri Mohamed, der ja jetzt seit Beginn der zweiten Halbzeit auch am Feld steht. Mohamed ist letzten Sommer zu den Pfeilchen gestoßen, war in seinem ersten Jahr hier meistens Backup. Hat sich immerhin auf zehn Einsätze in der Bundesliga gebracht, ein Einsatz im Cup. Er ist sehr jung, es ist das erste Mal, dass er außerhalb von Ghana spielt und lebt, hat natürlich eine gewisse Eingewöhnungszeit benötigt. Aber in den Spielen immer wieder sein Können angedeutet und zwar nicht nur seine Defensivqualitäten, sondern der Mann kann auch richtig gut Fußball spielen. Jetzt sehr schön gelöst von Friesenbichler, geht hier über links. Ja, wunderschön, legt ab, macht es nicht selbst, legt ab auf Filipe Pires. Der Filipe Pires einen Flachschuss aufs kurze Eck. Und wir haben bereits das 5 zu 0 gegen Pahndorf. Hier in der 53. Spielminute. Auch Pires hat ja insgesamt in der Vorbereitung gesehen schon einige Male jetzt genetzt. Das ist sein dritter Treffer in dieser Vorbereitungszeit. Von ihm weiß man ja bereits, dass er ein äußerst torgefährlicher Spieler ist. Ein Flügelsturm mit dem Zug zum Tor ist technisch hervorragend, sehr schnell, antrittsschnell. Wird leider auch sehr oft gefault. Es ist nicht ungewöhnlich bei Spielern seines Kalibers. Leichte, wendige Spieler, auch Kajode, wird ja sehr oft abgeklopft. Und das muss man mit dieser Spielanlage leider in Kauf nehmen. Machinko hat jetzt versucht, Friesenbichel direkt zu schicken. Der hat abgelegt jetzt. Pires. Flache Hereingabe nicht angekommen. Jetzt wird der Angriff neu aufgebaut. Sehr best. Kein Foul. Jetzt eine gefährliche Kontosituation. Das ist 4 gegen 2. Kadirian Filipovic. Ja, aber Koss sehr gut rausgekommen. Und hat im Prinzip diese Situation entschärft. Das war wirklich sehr gut gesehen vom jungen Mirko Koss, der zum richtigen Zeitpunkt aus dem Tor herauskommt, den Winkel zumacht, den Ball abfälschen kann und auch der Verteidigung die Möglichkeit gibt, nachzurücken. Ja, das war wahrscheinlich die gefährlichste Situation, die Pandorf in diesem Spiel bis jetzt kreiert hat. Aber gut ist gegangen, nichts ist geschehen. Kadiri am Weg nach vorne. Servest auf Prokop. Prokop entscheidet sich doch für den Diagonalball auf die rechte Seite, sucht Grünwald. Larsen kriegt den Ball. Und das Spiel geht von vorne los. Macinko. Sicher. Friesenbichler bei der Ballannahme ein bisschen gestört, kriegt den Freistoß zugesprochen. Wie gesagt, aber haben sie ein Auge auf Kadiri? Fällt mir immer wieder mit sehr guten Spieleröffnungen, guten Pässen auf. Ja, jetzt sagt der Stadionsprecher einen Wechsel durch, der durchaus schon vor einigen Minuten stattgefunden hat. Nämlich vor fast einer Viertelstunde. Ja, jetzt Filippowitsch geht dazwischen, findet Friesenbichler. Tajuri auf der Grundlinie. Die Pandorfer Defensive kann klären. Einwurf, Austria-Wien. под Friesenbichler. Ob pior. Larsen, der Pass kommt leider nicht an. Jetzt Pandorf im Vormarsch über die rechte Seite, über Wendelin, flankt rein, der Ball geht Gott sei Dank an Freund und fährt vorbei. Kein ungefährlicher Angriff, also die Pandorfer lassen sich alles andere als hängen, warum sollten sie auch. Es geht ja hier schließlich nicht um das Resultat. Man muss immer wieder sagen, natürlich ist das Ergebnis bei einem Testspiel unter Anführungszeichen zu sehen. Es ist ein Indikator, nicht mehr und nicht weniger. Natürlich ist ein Sieg gut für die Moral, gut für das Selbstvertrauen, das ist gar keine Frage, aber man sollte auch dieses Resultat jetzt aus violetter Sicht, wenngleich es 5 zu 0 steht. Nicht überbewerten. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Mannschaft zu einem frühen Zeitpunkt der Saison gut eingespielt ist. Dass jeder weiß, was der andere tut, das sieht man auch am Platz. Viele Tore vorne sind natürlich auch ein Moralbonus für die Stürmer. Die Stürmer müssen Tore machen, brauchen das für Selbstvertrauen. jetzt Pires schön vertikal gespielt, Friesenbichler hat sich auf die linke Seite rausfallen lassen. Zögert ein bisschen zu lange mit der Flanke. Ball wird abgefescht und landet beim Pando Fagoli. So, der nächste Wechsel bei den Pfeilchen bahnt sich an und zwar wird es wohl ein Doppel- wenn nicht dreifach Wechsel werden, wird wohl Serbest, werden Serbest, Tajuri und Prokop werden das Spiel verlassen und es kommen rein, das dürfte David Cianciola sein, den Sie hier im Bild vorne sehen und unser Neo-Alt-Austrianer David de Paula und als dritter Blue. Michael Blaunsteiner, der ja schon gegen Dunaiskas Trader eine bärenstarke Vorstellung abgeliefert hat. Wir werden sehen, ich werde jetzt gleich schauen, wo sich die Spieler am Platz einordnen. Cianciola wird mit Sicherheit die Position von Serbest 1 zu 1 übernehmen. Ja, Blaunsteiner wird am rechten Flügel spielen, also die Position von Tajuri übernehmen und De Paula hier im offensiven Mittelfeld. Ja, spielt glaube ich, soweit ich das sehen kann, die Position von Dominik Prokop. De Paula ist ja ein äußerst vielseitiger Spieler, das ist ja einer der Umstände, die ihn so wertvoll für die Austria macht. Er kann rechts hinten spielen, er kann im zentralen defensiven Mittelfeld spielen, er kann eigentlich im Mittelfeld jede Position begleiten. ist taktisch hervorragend ausgebildet, gutes Spielverständnis und heute sehen wir ihn, wie gesagt, im offensiven zentralen Mittelfeld, zumindest jetzt. Ja, Blaunsteiner jetzt am Flügel, wie gesagt, hat die Position von Tajuri übernommen. Diese Position hat er ja auch gegen Dunais Castreda schon gespielt. Hat sich dort auf der rechten Seite mit Peter Glujakovic blendend verstanden. Klar, die beiden kennen sich auch schon länger und sehr gefährlich nach vorne gearbeitet. Jetzt Reydovian, ja, Canchola meiner Meinung nach mit einem fairen Tackling, aber der Schiedsrichter hat das anders gesehen, ist sehr nah am Spielgeschehen gestanden. Ja, kann die Situation mit Sicherheit besser beurteilen als ich. Canchola ja auch gegen Dunais Castreda. in der Startelf gewesen, hat eine bärenstarke Leistung geboten. Sie können das Spiel natürlich auf unserem YouTube-Channel nachsehen. Wir haben nachher auch mit David Canchola gesprochen. Jetzt wunderschön weitergeleitet von Friesenbichler auf Blaunsteiner. Blaunsteiner geht auf der rechten Seite, spielt flach rein. Und das war ganz knapp. Es war Jens Strüer-Larsen, der hier mitgegangen ist. Einen Schritt zu spät. Ja, also wie gesagt, Canchola einer der jungen Wilden, um ein Klischee zu bemühen. Muss man auch hier Spieler wie Borkovic, Jonovic, Pejic erwähnen, die allesamt aufgezeigt haben. Gegen Dunais Castreda, teilweise auch in den Spielen davor. Ja, Jugend wird nachgezogen, Jugend rückt nach. Und das Ganze hat natürlich die äußerst positive Konsequenz, dass der Kader in seiner Breite stärker wird. Auch Blaunsteiner. Zumindest soweit ich das beurteilen kann, alle Spieler die man jederzeit ins Geschehen bringen kann. Machinko mit dem Ballgewinn, Pires deckt gut ab. Grünwald. Canchola. Ja, Larsen hat da durchlaufen lassen. Ball ist leider nicht angekommen, aber er konnte den Ball schon wieder erobern. Die Paula. Die Paula. Ja. Schön kurz gespielt auf Pires, Pires dreht sich, sucht und findet Kadiri. Jetzt Kadiri setzt an, um selber einen Weitschuss zu machen. Ja, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Ein, zwei Spiele überspielt. Im rechten Halbfeld. Dann ungefähr aus gut 22, 23 Metern abgezogen. Ball ging aber dann doch deutlich neben das Tor. Ja, es gibt erneut wie schon in Halbzeit eins eine Trinkpause. Ich möchte Ihnen noch einen kleinen Hinweis geben nach dem Spiel, falls Sie noch Zeit haben, falls Sie noch Lust haben auf Informationen in Violett, schalten Sie nicht weg. Ich werde mir nach Abpfiff das Funkmikro schnappen. Wir werden nachher auf jeden Fall noch mit Trainer Thorsten Fink, Heiko Westermann und Philippe Pires, so wie Sie kriegen können, plaudern, nach dem einen oder anderen Spieler dazuholen, um die neuesten Infos von der Kampfmannschaft zu erhalten für Sie. Also, wenn Sie Lust haben, bleiben Sie nach dem Abpfiff noch bei uns. Es zahlt sich auf jeden Fall aus. Es zahlt sich auf jeden Fall aus. So, die Trinkpause ist vorbei. Es gibt erneut Wechsel in Violett. Und zwar kommen ins Spiel Thomas Salamon, der wird wohl die Position von Christoph Marcinko einnehmen. Dann ist der nächste wohl Stefan Jonovic. Eine Flasche. Eine Flasche. Und ich glaube, Peter Gluhakovic, der wahrscheinlich die Position von Larsen auf der rechten Abwehrseite einnehmen wird. Jawohl. Jonovic jetzt statt Filippovic am Feld. Die Viererkette jetzt von links nach rechts wie folgt. Thomas Salamon, Stefan Jonovic, Abdul Kadiri Mohamed und Peter Gluhakovic. Ich freue mich schon sehr auf die jetzt eingewechselten Spieler. Haben wir schon gegen Dunaiskas Trader Spielen gesehen auf der rechten Seite. Gluhakovic, Blaunsteiner, dieses Duo ebenfalls schon in diesem Spiel zu sehen gewesen. Und hat dort eine äußerst ansprechende Leistung geboten. Ich bin voll der Vorfreude auf ihre heutige Darbietung. Blaunsteiner. Ja, Canchula wieder mit einem guten, gelungenen Slide-Tackling. Und Friesenbichler am rechten Flügel am Weg nach vorne. Sucht das 1 gegen 1. Bleibt... Steckt schön durch für Gluhakovic. Gluhakovic mit einem Schlenzer aufs lange Eck. Der Ball wurde abgefälscht. Und es gibt Eckball für die Feilchen. Filippo Pires trabt zur Eckfahne. Pardon, ich glaube es ist nicht Jonovic, der ins Spiel gekommen ist, sondern es ist Alexander Borkovic mit der Rückennummer 24. Schuss von der Strafe und Grenze von Thomas Salomon geht leider am langen Eck vorbei. Ja. Entschuldigen Sie bitte, ich habe mich geirrt. Es war nicht Stefan Jonovic, es ist Alexander Borkovic, der in der Innenverteidigung für Peter Filippovic gekommen ist. Während wir hier jetzt schon den nächsten Wechsel in Violett sehen. Es tut mir leid, wir sind hier ganz am anderen Ende des Platzes. Das ist nicht ganz einfach zu erkennen für uns. Filippo Pires geht jedenfalls aus dem Spiel. Und es kommt ins Spiel. Das dürfte Page sein. Marco Page, zu denen ich Ihnen auch gerne kurz etwas erzählen würde, möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Er ist ein Spieler für die linke Seite, der aber sowohl defensiv als auch offensiv einsetzbar ist. Page wurde im Jänner 2017 von Haiduk Split als Perspektivspieler verpflichtet. Spielte jetzt im ersten Halbjahr für die Amateure. Hat aber im Training schon deutlich aufgezeigt und ist auch kroatischer U21-Teamspieler. Ja, auch im letzten Testspiel gegen Dunajskas Träder mit einer starken Leistung. Wird uns jetzt für die letzten 20 Minuten ein paar Kostproben seines großartigen fußballerischen Könnens geben. Jetzt Grünwald geht in den Strafraum, aber der Schuss wird geblockt. Blaunsteiner gewinnt den Ball. Kluhakovic. Salamon zurück auf Borkovic. Der findet David Canchula. Blaunsteiner. Kluhakovic rechts auf der Außenbahn. Spielt rein auf Grünwald. Der Pass auf Friesenbichler leider nicht angekommen. Aber schönes, gefälliges Kombinationsspiel der Austria. Jetzt Kadiri. Page lässt prahlen auf Grünwald. Grünwald, der schickt Salamon ein bisschen zu steil. Thomas Salamon. Auch ein verlässlicher Baustein im violetten System. Konnte diesen Ball leider nicht ganz erreichen. Ein bisschen zu steil gespielt von Grünwald, aber die Idee war gut. Ja, die Austria ohnehin schon insgesamt eine sehr, sehr junge Mannschaft. Jetzt hier in den letzten 20 Minuten dieses Testspiels gegen Pahndorf. Auch noch die ganz junge Garde am Feld, wie gesagt. Alex Borkovic, David Canchula, Marco Page, Michi Blaunsteiner, Peter Kluhakovic. Das sind, ja, wunderschöner Pass von Friesenbichler auf Grünwald. Und der lässt sich das, lässt sich nicht zweimal bitten, versenkt das Tor mit seinem linken Zauberfuß. Im langen Eck. Es steht 6 zu 0 für die Pfeilchen. 74. Spielrunde das 6. 0 für FK aus Turin. Deutscher Schütze Nummer 10 Alexander Grünwald. Ja, und ob sie es glauben oder nicht, sie wurden gerade Zeuge von Grünwalds ersten Treffer in dieser Vorbereitung. Ja, um nochmal auf die Jungen zurückzukommen. Haben sie ein Auge auf diese Spieler. Borkovic, Canchula Page, Blaunsteiner. Das ist die Jugend, das ist die Zukunft. Das sind Spieler, die man für die nächste Zukunft, für die nächsten Jahre am Zettel haben sollte. Ja, jetzt ein schöner, hoher Ball nach vorne auf die Nummer 10. Redovian kann aber den Ball nicht annehmen. Ja, das sind eben diese jungen Spieler, die die Zukunft der Austria sind. Jetzt schon in sehr jungem Alter an die Kampfmannschaft herangeführt werden. Wie gesagt, der ein oder andere von ihnen wird sicherlich schon bald seine ersten Pflichtspieleinsätze haben. Der Kader ist gut aufgestellt. Das ist bei der Austria, der Jugendarbeit, die Nachwuchsarbeit, nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern wird auch von Cheftrainer Thorsten Fink kräftig unterstützt. Auch nicht unerwähnt bleiben sollte. Der Andi Ogri ist als Cheftrainer der Amateure, der natürlich diesen Weg mitgeht. Die großartige Arbeit leistet. Und man darf gespannt sein, wann diese Spieler vielleicht schon diese Saison im violetten Trikot bei Pflichtspielen auflaufen werden. So, jetzt der Konter. Die Paula schickt rüber auf Kluhakovic. Dem verspringt leider der Ball. Und Canchula mit dem Rückpass. Auf Kurs. Page übrigens mit der Rückennummer 29. Falls Sie gerade live zuschauen, wenn Sie gerade den Chat offen haben, würde mich persönlich interessieren, wer von Ihnen weiß, welche violette Legende zuletzt diese Rückennummer getragen hat. So, wir haben jetzt ein Insert mit der aktuellen Aufstellung vorbereitet. Falls Sie ein bisschen den Überblick verloren haben, ob der vielen Ein- und Auswechslungen, die ja bei so einem Testspiel gang und gäbe sind. Wie gesagt, im Tor schon seit Spielbeginn Mirko Koos. Die Viererkette von links nach rechts mit Thomas Salomon, Alex Borkovic, Abdul Kadiri Mohamed und Peter Kluhakovic. Im defensiven Mittelfeld David Canchula. Davor Alex Grünwald und David De Paula. Und das Offensiv-Trio Marco Page, Kevin Friesenbichler und Michi Blaunsteiner. Ja, Blaunsteiner und Canchula übrigens, beste Freunde. Jetzt Kluhakovic auf Canchula, der findet De Paula auf Friesenbichler. Wollte den Doppelpass mit De Paula probieren. Ein wenig zu unpräzise. Ja, mein Regisseur hat gerade das Chatfenster offen. Ich muss sagen, das schauen jede Menge Experten bei uns zu. Ich bin stolz auf euch alle. Natürlich war es Markus Suttner. Habt richtig geraten. Es gibt leider keinen Preis außer meinen allerhöchsten Respekt. Aber den hat sich jeder von euch verdient, der die richtige Antwort gegeben hat. Der Doppelpass. Der Doppelpass. Grünwald sucht und findet De Paula wieder. Der legt ab, lässt prallen auf Alex Borkovic. Ja, sehr schön vertikal gespielt. Friesenbichler zweiter Sieger. Salamon spielt auf De Paula. Er wird von zwei Verteidigern bearbeitet, die klären den Ball ins Auto. Es gibt Einwurf für die Austria von der linken Seite. Diesen Einwurf wird wohl Alex, nein nicht Borkovic, Salamon wird ihn vornehmen. Das ist ein Widerstand. Es ist ein Widerstand. Der macht den Ball ins Auto. Ja, wir haben noch gute 10 Minuten hier zu spielen. Sie wissen ja, als Fußball-Experten, die Sie sind, bei Testspielen wird in der Regel pünktlich abgepfiffen. Es gibt ja meistens keinen Grund, nachspielen zu lassen. Es steht zwischenzeitlich 6 zu 0 für die Austria. Die Torschützen heute Tajuri Schraddi in der zweiten Minute, Felipe Pires in der 13. Prokop in der 40. Dann in der zweiten Halbzeit Friesen-Bichler in der 51. Minute, Felipe Pires erneut in der 53. Minute und zuletzt Alex Grünwald in der 74. Minute, während wir einen erneuten Wechsel bei den Pfeilchen sehen. Und zwar kommt jetzt, aha, David Cianciola läuft in Richtung Out-Linie, aber auch De Paula. Ja, da geht es um taktische Anweisungen von Co-Trainer Hahn. Es wird wohl... Ja, es ist Grünwald, der aus dem Spiel geht. Und für ihn kommt... Schwer zu sehen, es könnte Jonovic sein. Das wäre denn allerdings kein Positionsgetorwechsel. Wir haben das im Auge und werden Ihnen so bald wie möglich Bescheid geben. Ja, es scheint wirklich Stefan Jonovic zu sein, der hier für Grünwald ins Spiel gekommen ist. Das bedeutet allerdings einige taktische Veränderungen. Das Innenverteidiger-Duo bilden jetzt wohl... Ja, kann man auch nichts sagen. Tut mir leid, Viola TV ist verwirrt. Trainer Thorsten Finke überfordert uns im Moment mit seinen taktischen Varianten. Wir haben Borkovic am Feld, jetzt am Ball. Ich sehe leider noch immer nicht seine Rückennummer. Also wir sind uns intern fast einig, dass es sich hier um Stefan Jonovic handeln muss. Bedeutet, dass jetzt aber nominell drei Innenverteidiger am Feld stehen. Möglicherweise jetzt eine andere taktische Variante mit drei Innenverteidigern. Denn Salamon und Klohakovic sind aufgerückt. Ja, könnte... Könnte eine taktische Variante sein. So, der Stadionsprecher hat jetzt zumindest die Einwechslung bestätigt. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip eine Dreierkette, die wahrscheinlich defensiv eine Fünferkette werden kann. Dreierkette mit Kadiri, Jonovic und Borkovic. Die Außenverteidiger Salamon und Klohakovic. Während sich Pantov-Torhüter Pulka den Ball zum Abschluss zurechtlegt, versuchen wir noch immer, die neue taktische Variante zu entschlüsseln. Könnte ein 3-4-3 sein. Ja, jetzt Dilic im Vorwärtsmarsch. Ja, der Pandor auf Stürmerfeld. Aber die Pfeife des Schiedsrichters bleibt stumm. Guter Schuss. Aber erkennt man ja auch immer an der Körpersprache des Torhüters. Mirko Koos hat sich nicht ernsthaft in die Ecke begeben. Hat gesehen, dass der Ball am kurzen Eck vorbeigeht. Koos jetzt mit dem kurzen Abspiel auf Jonovic. Borkovic. Borkovic. Ja, 2-1. Russikaler Einstieg von Jonovic. Aber könnte jetzt eventuell eine gelbe Karte geben. Nein, es bleibt bei der Ermahnung. War auch natürlich ein unglücklicher Zusammenstoß. Der Spieler scheint sich wehgetan zu haben. Es könnte ein Schlag in den Oberschenkel gewesen sein. Aber keinesfalls böse Absicht von Jonovic. Und das Spiel wird in Kürze abgepfiffen werden. Aber unsere Übertragung ist damit noch nicht vorbei. Ich werde mir nach Abpfiff unser Funkmikrofon schnappen aufs Feldtigern und werde mir Interviewpartner holen, was geht um Ihnen, liebe Feilchen, alle interessanten Hintergrundinfos zu liefern. Heute an diesem Samstag hier in Frauenkirchen. Bei diesem Testspiel, dem letzten Testspiel vor Beginn der ersten Pflichtspiele gegen Pandorf. Wie gesagt, heute ein sehr guter Gradmesser für die erste Cup-Runde nächste Woche in Ebrechsdorf. Austria heute von Anfang an nichts anbrennen lassen. Sehr solide gespielt. Das Resultat spricht für sich, wenngleich, ich wiederhole mich, ich weiß, man Resultate bei Testspielen nicht überbewerten sollte. Aber es ist auf keinen Fall ein schlechtes Omen, wenn die Austria heute deutlich siegt. Ja, Salamon gut dazwischen gegangen. Canchola legt ab, Kadiri. Lässt weiterlaufen auf Jonovic. Und der findet Kluhakovic an der rechten Out-Linie. Ja, schön von Borkovic durchgesteckt auf Salamon. Salamon versucht den Haken, spielt zurück auf Depaula. Aber da sind viele Gegenspieler, da sind vier Gegenspieler. Da sind keine Räume da. Und jetzt der Konter über Gruber. Chancenlos gegen Kadiri. Jonovic. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Schiedsrichter dieses Spiel abpfeift. Aber wie schon Lenny Kravitz gesagt hat, it ain't over till it's over. Wir freuen uns über jede Minute, die wir dieser hoffnungsvollen Mannschaft zuschauen können. Ich hoffe, sie freuen sich genauso wie wir auf Beginn der Saison sehr schön durchgesteckt von Friesenbichler. Auf Blaunsteiner, Blaunsteiner. Also aus unserer Sicht waren das Mikrometer, nicht mal Millimeter, waren Mikrometer am langen Eck vorbei. Wunderschön durchgesteckt von Friesenbichler. Mit einer Berührung hat Blaunsteiner den Ball in den Lauf gespielt. Der hatte vielleicht ein bisschen Spitzenwinkel, aber eine gute Chance. Ist auch nicht ganz leicht von rechts mit dem rechten Fuß abzuschließen. Der Drall geht ja dann prinzipiell in die verkehrte Richtung. Außer man schießt Außenriss. Ja. Summa summarum eine mehr als gelungene Generalprobe der Pfeilchen. Für nächste Woche, für die erste Runde im ÖFB Cup. Man hat auch gesehen, dass die hochgezogenen Spieler allesamt das Zeug haben, in der Kampfmannschaft auf Augenhöhe mitzuspielen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Der Kader hat, und das ist nicht nur meine Meinung, an Breite extrem dazugewonnen. Es gibt jetzt quasi auf jeder Position Optionen. Thorsten Fink kann sich entscheiden. Wie gesagt, jetzt hier auch mit der einen oder anderen taktischen Variante. Und das sieht alles sehr gut aus in dieser sehr frühen Phase der Vorbereitung. Man darf ja auch nicht vergessen, die Spieler stecken hier noch mitten im Aufbautraining. Deswegen kriegen sie auch oft um die 60. oder 70. Minute dann schwere Beine. Das ist ganz normal in so einer Phase, in dieser Phase der Saison. Und da muss man eben die Leistung auf dem Platz auch richtig einzuschätzen wissen. Salomon mit dem Einwurf. Ja, hat den langen Einwurf probiert, ist leider nicht angekommen. Aber Jonovic schon wieder am Ball. Spielt auf Pejic. De Paula kann den Ball behaupten auf Blaunsteiner, aber der Linienrichter hat die Fahne gehoben. Abseits. Ja, Page ärgert sich. Hat er offensichtlich anders gesehen. Jetzt wieder Pahndorf verliert den Ball in der Vorwärtsbewegung. Und es ist schon wieder Michi Blaunsteiner, der wie gesagt schon gegen Dunais-Gasträder zu beeindrucken wusste. Den Ball führt. Und der Schiedsrichter pfeift diese Partie ab. Es endet 6 zu 0 für die Wiener Austria hier bei diesem letzten Test gegen Pahndorf in einem sehr attraktiven Spiel mit sehr vielen schönen Offensivaktionen aus violetter Sicht. Wir haben auch sehr viele Spieler heute gesehen. Ich glaube, Mirko Koos im Tor dürfte der einzige Spieler sein, der 90 Minuten durchgespielt hat. Ansonsten hat Thorsten Fink durchgewechselt. Ich lade Sie nochmal ein, jetzt hier bei unserer Übertragung dran zu bleiben. Ich schnappe mir jetzt das Funky-Hüpf-Hüpf-Feld und werde schauen, wen ich alle erwischen kann, um die neuesten Informationen und Spieler-Interviews für Sie zu liefern. Inzwischen bleiben Sie dran. Holen Sie sich vielleicht kurz was zu trinken. Bis gleich. Ich schnappe mir jetzt mal ein, jetzt hier bei unserer Übertragung dran. Tschüss. Vielen Dank. Danke, dass du dir kurz Zeit nimmst. Kevin, gehen wir noch ein paar Schritte nach vorne, damit sie uns sehen können mit der Kamera. Kevin, es war heute der letzte Test vor dem ersten Pflichtspiel. Nächste Woche gegen ASK Ebrechtsdorf. Ein guter Gradmesser, weil es auch eine Regionalliga ist. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass das so circa kommen wird wie heute. Natürlich wird noch von beiden Seiten mehr Piss kommen, weil es um was geht. Heute war es nur ein Freundschaftsspiel, aber ich glaube, wir haben das gut gemacht. Wir sind früh in Führung gegangen und wenn wir alle unsere Chancen nutzen, hätten wir noch ein paar Tare mehr schießen können. Wie würdest du für dich selbst, du hast ja auch schon einige Jahre als Profi in den Knochen, diese Vorbereitung einschätzen? Jetzt vom Trainingslager in Seeboden über die letzten Freundschaftsspiele doch im Prinzip eine sehr gute Bilanz. Wie schätzt du es ein? Ja, ich finde es gut. Ich finde, die Testspiele sind nicht jetzt überzubewerten, aber wir haben viel gearbeitet. Wir haben sehr viel im körperlichen Bereich gemacht. Wir haben uns auch taktisch noch den Feinschliff geholt, dass wir jetzt in der letzten Woche, bevor es richtig losgeht, noch einmal weitergehen. Aber wenn man sich die Testspiele anschaut, glaube ich, haben wir auch keine schlechten Testspieleergebnisse gebracht. Auf jeden Fall. Und man sieht ja auch, dass eigentlich für diese frühe Phase der Saison schon eine ziemlich gute Eingespielte, die in der Truppe herrscht. Siehst du das genauso? Auf jeden Fall. Also ich glaube, der Stamm ist geblieben. Das ist sehr wichtig, wenn eine Mannschaft über Jahre zusammenspielt, dann kennt man schon die Laufwege von einem anderen und weiß Bescheid, wie das ganze abläuft. Das ganze System auch mit dem Trainer. Und ich glaube, das haben wir schon gut intus. Es gibt zwar noch ein paar Sachen, die wir sicher besser machen können, aber das werden wir uns jetzt in der letzten Woche anschauen. Noch ein letztes Wort zu den Jungen. Wir haben ja auch gegen Donalska Strader sehr viele Junge gesehen. Csanchola, Borkovic, Jonovic, Page, Blaunsteiner. Was sagst du dazu? Ja, weiter dranbleiben. Also sie machen die Sache sehr gut, muss ich sagen. Wir haben auch die ganze Vorbereitung sehr gut mitgehalten. Es ist ja nicht so leicht, wenn man vom Amateurbereich in den Profibereich kommt. Da sind doch schon andere Gegebenheiten. Und wir machen das sehr gut. Das haben wir heute auch wieder gesehen, auch letzte Woche. Oder vor ein paar Tagen gegen Donalska Strader. Und ja, dranbleiben und dann schauen wir, was rauskommt bei denen. Alles klar, Kevin. Vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Und wir sehen uns gegen Ebrechtsdorf. Alles Gute. Thorsten, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Kann man das Spiel heute als Gradmesser, weil es ja auch ein Regionalligist ist, für nächste Woche für das Cup-Spiel schon ernsthaft nehmen? Ja, man kann sicherlich die Stärke der Mannschaft vielleicht einschätzen. Aber Ebrechtsdorf wird jetzt stärker sein. Das ist ein Cup-Spiel. Da geht es um was. Da kann man nicht locker ausspielen. Ich glaube, wir können besser spielen. Wir haben zwar klar gewonnen und ohne großartige Probleme. Aber ich glaube, wir müssen noch energischer spielen. Aber wir haben noch eine Woche Zeit. Irgendwo Spritzigkeit fehlt ja noch. Und da werden wir in der Woche dran arbeiten. Hat das heutige Spiel für dich die gewünschten Aufschlüsse gebracht? Das, was wir alles nicht wissen? So, wie wir heute spielen, weiß ich nicht, ob wir so spielen gegen Ebrechtsdorf von der Aufstellung her. Aber wir werden jetzt nicht großartig Rücksicht nehmen auf die Vorbereitung. Also wir müssen jetzt schauen, dass wir einfach am Freitag fit sind. Natürlich Rückschlüsse. Ja, ich meine, wir sind ja nicht schlecht drauf. Wir haben wieder zu Null gespielt. Das ist okay. Ich bin zufrieden. Heute wieder eine Talentprobe vieler junger Spieler, die wir auch schon gegen Dunaiska Strader gesehen haben. Ohne jetzt auf einzelne Namen einzugehen. Aber siehst du in diesem Poolk junger Spieler, die jetzt hochgezogen wird, sind das Spiele, auf die du schon im Ernstfall zurückgreifst? Ja, sicherlich sieht man da das eine oder andere. Und sicherlich machen die Jungs sich hervorragend. Das hat man gegen Strader gesehen. Also sie sind da im Moment. Aber natürlich braucht der eine oder andere schon noch ein bisschen Zeit, um sich da zu entwickeln. Um ihn wirklich auch im richtigen Moment zu bringen und nicht zu feizen. Allerletzte Frage, eine fußballerische Laienfrage. Du hast am Ende waren drei Innenverteidiger am Feld. Kannst du mir diese taktische Variante erklären? Ja, klar. Ich wollte Grüni rausnehmen und wollte nicht noch einen Defensiven so reinstehen. Da habe ich gedacht, okay, ich schwimme 3-4-3. Haben wir noch nicht trainiert, aber ist okay. Kein Problem. Alles klar. Thorsten, vielen Dank für die Stellungnahme und wir sehen uns nächste Woche in Ebrechtsdorf. Alles Gute. Ja, meine Damen und Herren. Oh, Heiko, servus. Ich bin der David von ViolaTV. Willkommen in Wien. Die Kamera ist da. Ja. Heiko, ja, erstens einmal willkommen in Wien. Wir freuen uns sehr, dass du zu uns gestoßen bist. Der Trainer hat in höchsten Tönen von dir gesprochen. Wie geht es dir denn in Wien? Wie geht es dir in der Stadt? Wie geht es dir bei dem Klub? Ja, gut. Ich kann im Moment noch nicht so viel sagen. Ich bin erstens, das Wichtigste ist natürlich die Mannschaft. Ich bin super aufgenommen worden und ansonsten hatte ich noch nicht viel Zeit, Wien zu sehen, obwohl ich Wien schon kenne. Ich war schon oft vorher da. Wichtig ist für mich Fußball. Was hast du für einen Eindruck von der Mannschaft, vom Team, vom Kollektiv? Ja, super Kollektiv. Also total easy, wenn man als fremde Person da reinkommt, total easy reinzukommen. Ein paar sehr talentierte junge Spieler und ich glaube, dieses Jahr könnte ein gutes Jahr für uns werden. Du bist ja HSV-Legende, wenn man so sagen kann, warst HSV-Kapitän. Jetzt spielt neben dir der Peter Filippowitsch, der bei St. Pauli ausgebildet wurde. Habt ihr das schon ausdiskutiert? Ja, klar. Wir haben darüber geredet, aber ich habe nichts gegen St. Pauli und habe ich nie gehabt. Von daher, er ist ein super Innenverteidiger. Er hat letztes Jahr schon eine super Runde gespielt und ich bin froh, dass ich so einen Nebenmann habe. Alles klar. Heiko, dann vielen Dank, dass du dir kurz Zeit für uns genommen hast. Dein Ding. Es freut mich, dass wir uns endlich kennengelernt haben und wir freuen uns schon auf die erste Runde im Cup nächste Woche gegen Ebrechtsdorf. Danke schön. Danke schön. Tschüss. Ja, ich glaube, ich sehe jetzt noch hier Olaf Philippe. Servus, mein Freund. Servus. Drehen wir uns bitte zur Kamera. Unsere Kamera ist da. Wir sind kurz für ViolaTV hier am Feld. Philippe, du hast eine bärenstarke Vorbereitung gespielt. Wie fühlst du dich? Wie geht es dir jetzt eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel? Wie ist dein Gefühl im Moment? Ich habe das Gefühl sehr, sehr, sehr gut. Es ist immer gut, eine Vorbereitung zu machen. Und ich habe in dieser Vorbereitung Gas gegeben, was nicht nur ich, aber die ganze Mannschaft. Wir haben eine Top-Vorbereitung gehabt und jetzt sind wir bereit für den Cup nächste Woche. Das ist ein wichtiges Spiel. Ja, so ist es. Super. Super. Seeboden war sehr, sehr anstrengend, habe ich gehört, oder? Das Trainingslager in Seeboden war? Das war das schlimmste Trainingslager von meinem Leben. Ich war schon bei Red Bull, bei FSV, bei Liefering, aber diese war die schlimmste Vorbereitung. Aber ich habe gesagt, Vorbereitung ist immer wichtig. Wir brauchen diese Läufe. Wir brauchen diese Tiversität. Ja. Ist immer wichtig. Schlimmste Vorbereitung und dann beste Saison vielleicht? Ja, vielleicht hoffentlich. Letzte Saison war ich nicht so gut von Anfang an. Die ersten sechs Monate, ich war nicht Top-Mark. Aber die letzten zehn Spiele von letzter Saison war ich gut. Aber ich will immer so weiter. Deshalb habe ich Gas gegeben in diese Vorbereitung und jetzt bin ich bereit für die nächste Saison. Super. Eine letzte Frage noch. Venuto ist wieder in Wien. Du hast ihn schon gesehen. Wie geht es ihm? Erzähl, gibt es etwas Neues von ihm? Die Elze wohnt bei mir, fast bei mir, 100 Meter von mir, in Modellinau. Ja, jetzt sind wir ein bisschen mehr zusammen. Ja, aber jeder weiß, Venuto ist ein guter Freund von mir, ein besserer Freund. Homefinish nächstes Jahr ist wieder zusammen mit uns, weil er ist ein wichtiges Spiel für uns. Und ja, gut. Okay, Felipe, muito obrigado. Und bis nächste Woche. Wir sehen uns, okay? Alles klar. Ja, klar sind wir dabei. Wir werden live berichten, klar. Ja, okay. Meine Damen und Herren, während Felipe von Fans umgarnt wird, hallo, werden wir uns hier langsam aber sicher aus Frauenkirchen verabschieden. Es war ein schöner, launiger Nachmittag mit einem tollen Ergebnis, auch wenn man dieses Ergebnis natürlich nicht zu ernst nehmen sollte aus violetter Sicht. Die Austria gewinnt 6 zu 0 gegen Pandorf. Für beide Mannschaften wahrscheinlich ein Spiel mit guten Erkenntnissen. Für die Trainer. Und ja, in einer Woche geht's los mit den Pflichtspielen. Und zwar erste Rundecup gegen ASK Ebrechsdorf. Wir freuen uns schon sehr. ViolaTV wird natürlich live dabei sein und das Spiel covern. Ich verabschiede mich jetzt hier aus dem burgenländischen Seewinkel. Das Wetter ist Gott sei Dank wieder schöner geworden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende. Ein herzliches Vorzau Viola. Bleiben Sie uns gewogen. Alles Liebe. Tschüss. Amen. 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 Amen.